Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten, ja, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Ja, wir legen gleich los. Ich starte kurz die Musik und ihr wisst ja, danach geht es weiter. Ah, was machen wir heute? Kurz quatschen. Ich habe ein bisschen was tatsächlich auf der Liste stehen, vor allem in Bezug auf Summer Game Fest und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten würde ich sagen, danach weiter in Loot River und mal gucken, ob wir heute mal einen Boss finden und allgemein weiterkommen. Also, ist ja ein Roguelike. Wird spannend, glaube ich. Naja, jetzt auf jeden Fall erstmal Musik und dann sehen wir uns gleich. Bis gleich. Ja, jetzt auf jeden Fall. 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 Ja, das war jetzt absolut großartig. Ich wollte gerade mein Glas verschieben und dahin packen, wo es normalerweise hingehört. Ja, und in dem Moment habe ich dann meine Wasserflasche. Ja, und in dem Moment habe ich dann meine Wasserflasche umgestoßen, die noch auf dem Schreibtisch stand und ja, normalerweise ist deren Deckel zu, aber ich wollte noch einen Schluck trinken und deswegen war der Deckel schon auf und jetzt habe ich durchweichte Post. Na ja, glücklicherweise nichts wichtig, es sind halt ein paar Briefe, alles in Ordnung. Gut. Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid trocken, wenn ich mir das ist, wenn ihr da myös se canoehen, dann sollte das sehr wahrscheinlich der Fall sein. Das ist, ja, dass ihr alle trocken seid oder vielleicht, ja, vielleicht nicht mal trocken, sondern verschwitzt, also anders nass. Nicht mit Wasser nass, durch Wasser nass, was auch immer. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich, hoffe ich, denke ich. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, das war ja mal wieder hervorragend. Genau, ich wollte ein, zwei Sachen kurz nachgucken, weil es haben sich ja Dinge verändert, ne? Ich habe ja unter anderem den Discord, am Wochenende, glaube ich, war das. Lass mich mal kurz nachgucken, was ist das für ein Datum? Das war, ja genau, das war der Samstag. Da habe ich den Discord umgebaut und ganz viele Dinge getan. Aber das sieht tatsächlich, das sieht tatsächlich ganz gut aus. Ja, nice, es ist alles so, wie es sein soll. Es funktioniert alles. Okay, das läuft. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Das ist wunderbar. Hier ist, glaube ich, auch wunderbar. Ich bin ja so ein Control-Freak. Ich bin da ja ganz ehrlich, was das angeht. Ich bin da ja tatsächlich sehr ehrlich. Ich muss ja alles prüfen. Und so weiter und so fort, ne? Automatismen sind super, aber ich vertraue denen. Oder ich vertraue denen schon. Aber manchmal muss ich halt noch mal nachgucken. Das muss einfach sein. Das muss tatsächlich sein. Aber es hat alles funktioniert. Ja. Auf jeden Fall. Hi. Wie geht's euch? Ich hoffe, ihr seid bisher ganz gut durch die Woche gekommen. Seid nicht irgendwie geschmolzen oder kurz davor oder sowas in der Richtung. Es ist ja schon relativ warm überall, glaube ich. Und, äh, ja. Ne? Ich hoffe, niemandem ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Das ist ja mir passiert. Ähm, siehe letzter Stream. Das ist auch ganz toll. Die wird am Samstag endlich geliefert. Und. Bestes Lieferfenster überhaupt, ne? Jeder von uns kennt so die klassischen Telekom-Techniker. Ähm, mit. Ja, wir kommen zwischen. Hm. Ja, keine Ahnung. Zwischen 9 und 15 Uhr. Oder sowas in der Richtung, ne? Die, die haben ja ganz gerne so ein 6-Stunden-Fenster. Melden sich dann natürlich auch nicht kurz vorher. Sprich, man sitzt daheim wie so auf heißen Kohlen. Und wartet darauf, dass es klingelt. Und manchmal klingelt es dann auch tatsächlich. Und manchmal auch nicht. Letztere ist es dann sehr ärgerlich. Weil meistens verschiebt sich so ein Termin dann halt auch nicht auf den nächsten Tag. Ja. Das Lieferfenster für meine Waschmaschine, die auch aufgebaut wird und so weiter und so fort. Weil da will ich mich nicht drum kümmern. Weil. Sollte da irgendwas falsch sein, kann ich jemanden anscheißen. Ähm. Oder anmeckern. Da bin ich ganz ehrlich. Hm. Ja. Das ist von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. An nem Samstag. Ja. Ne? Wisst ihr Bescheid? Also. Das ist das krasseste Zeitfenster, das ich jemals in irgendeinem. Oder ja. Bei irgendeiner Art von Termin hatte. Ähm. Für eine Sache, die wahrscheinlich. Ja. Diese geübten Menschen. Zehn Minuten. Äh. Zehn Minuten kostet oder so. Ei, 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 ei. Ich hoffe nur, die rufen an. Ich habe nämlich in den Rezensionen gelesen von diesem Aufbauservice, der übrigens ein eigenes, ja ein eigener Warenkorbbestandteil bei Amazon ist. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob die inzwischen schon mal unterwegs ist, die Waschmaschine. Entschuldigung. Ähm. Dass die offensichtlich auch nicht kurz vorher anrufen oder so, sondern die klingeln halt dann tatsächlich einfach irgendwann. Und ja. Sind dann da. Und wenn du dann nicht da bist oder, keine Ahnung, du sitzt gerade auf dem Klo, hast eine längere Session oder so. Schwierig. Die haben zwar eine Telefonnummer und alles, aber man weiß es nicht. Okay. Hier ist alles noch schön grün. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Guck mal. Ja. Lieferung am Samstag. 7 bis 19 Uhr. Ich freu' mich total. Ich freu' mich sehr da drauf. Naja. Gibt Schlimmeres, als am Samstag früh aufzustehen. Aber das Ganze wirkt sich jetzt auch tatsächlich auf Dingens aus. Auf, sag ich mal, den Stream morgen. Denn der ist nicht morgen. Ähm. Also zum einen muss ich morgen Abend dann, äh, nochmal die alte Waschmaschine endlich abschließen. Ne. Weil das ist Grundvoraussetzung für die, ähm, sonst machen die nix. Die muss abgeschlossen werden. Da darf kein Wasser mehr drin sein. Bla, 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 bla. Ähm. Gleichzeitig will ich das auch noch mit ein bisschen Bad putzen verbinden. Weil man will ja schon auch, ne. Es ist, äh, es soll ja auch ein bisschen ordentlich sein. Ich gebe zu, mein Bad ist etwas staubig. Und, äh, ja. Ja, morgen ist außerdem auch noch ein Event, das ich ganz gerne gucken würde. Ähm. Wer mich kennt, kann vielleicht erraten, was das ist. Ich will jetzt hier keine große Werbung machen. Aber, äh, da habe ich Bock drauf. Hahaha. Und das würde ich auch ganz gerne live erleben. Weil, sonst, ähm, ja. Ne, nachgucken ist halt, ne. Nachgucken ist halt irgendwie, ich kann es schon verstehen, ne. Wenn jemand sagt, ja, Wot angucken und so. Es ist halt, äh, es ist halt nicht das gleiche wie live dabei sein, ne. Muss man einfach so sagen. Ähm. Und deswegen, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, ansonsten, was war eigentlich sonst noch los? Ähm. Genau, für alle, die es noch interessiert, äh, das Team Next Fest läuft noch. Ich hatte das bereits erwähnt irgendwann mal. Ähm. Ne, das geht noch bis zum 20. Der 20. ist der Montag. Ich glaube, Montag 19 Uhr oder so ist irgendwie Schluss. Bin ich 100% sicher. Gucken wir mal kurz auf den Link. Ich klicke da einfach mal drauf. Ähm. Ja. Genau. Ähm. Bis Montag um 19 Uhr. Äh. Mit hunderten von Demos. Also wirklich, 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 wirklich viele Demos. Und Livestreams. Gut, ich weiß nicht, wer von euch Livestreams auf Steam guckt. Mich persönlich nerven die ein bisschen. Ähm. Wenn die überall aufploppen. Und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, auf Steam zu gucken wegen einem Livestream, ne. Ähm. Bin ich ganz ehrlich. Livestreaming ist für mich Twitch. Und gegebenenfalls mal irgendwas auf YouTube. Aber halt auch nur, wenn es, ja, YouTube bevorzuge ich dann tatsächlich, was die Qualität angeht. Aber ansonsten, ja, ne. Aber auf jeden Fall, da gibt es jede Menge Demos. Ich habe selber 19, glaube ich, installiert. Oder hatte installiert. Inzwischen sind es nur noch 15. Müssten 15 sein. Ähm. Die ich auch alle durchspiele. Oder zumindest anspiele. Eine davon habe ich nämlich tatsächlich schon abgebrochen, weil ich einfach auch festgestellt habe, das Spiel ist nichts für mich. Ähm. Genau. Ne. Das ist noch so eine, so eine Sache. Ich nehme das auch alles auf. Ich hatte ja auch neulich schon mal gemacht. Ähm. Ich hatte ja vor, weiß ich gar nicht, wann waren das? Lass mich mal ganz kurz nachschauen, von wann die Aufnahmen sind. Hahahaha. Äh. Ja, vor ziemlich genau einem Monat. Am 15.05. Ne, warte mal, am 27.05. Vor ziemlich genau zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb, drei Wochen oder so war das her. Habe ich auch schon mal jede Menge Demos gespielt. Ähm. Zwölf Stück oder so. Und. Ja. Das auch alles aufgenommen. Ich habe einfach nur noch keine Ahnung, was ich mit, mit den Videos mache. Ne, ich, ich habe es mal, ich habe mal OBS mitlaufen lassen. Also Game Audio, kein, kein Kommentar oder sowas in der Richtung, auch keine Webcam. Aber ich bin immer noch nicht sicher, was ich damit tun will. Ich habe zwar Ideen, aber ich weiß nicht, ob ich die so schnell umgesetzt, äh, umgesetzt bekomme, sage ich jetzt mal, wie ich das gerne hätte. Naja, ähm. Aber hey, ich, ich habe Material. Und, äh, ne, gestern, wie gesagt, schon fünf Demos waren es, nicht vier. Sonst sind nur noch 14 Demos, äh, auf meiner Liste. Das ist schön. Ähm. Da waren ein paar sehr, sehr coole Dinger dabei. Wirklich, wirklich cool. Was ich bisher empfehlen kann, ist Cult of the Lamp. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wo man niedliches Schaf spielt, das eigentlich gestorben ist, dann quasi vom Teufel wiederbelebt wurde, um einen Kult aufzubauen. Eine Sekte. Und das ist nice. Das ist richtig nice. Das hat so ein bisschen was von einem, von einem Aufbauspiel und von einem, ich bin gar nicht sicher, ob das ein Roguelite ist. Ähm. Also es ist, ich, ich, es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr nach Rogue an. Ähm. Danke, liebe Untertitel, für nachher Ogan. Wow. Ähm. Was ich auch cool fand, tatsächlich, war, äh, Backfire Wall, Underscore. Das ist sehr, sehr schön, weil das auch so ein bisschen durch die vierte Wand geht. Ähm. Ähm. Ne, dritte Wand. Egal. Ähm. Das, äh. Das ist richtig, richtig schön. Ähm. The Cup habe ich gespielt. Also nicht der, der Cup, äh, im Sinne von der Becher, sondern The Cup mit B. Ähm. Das ist auch sehr nice. Vor allem alles, was sich da trifft, tötet dich instant. Ähm. Das bin ich eher selten oder eher nicht gewöhnt von Spielen. Ähm. Ja, und ansonsten muss ich nur noch mal gucken, ne. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen was vor mir, was das angeht. Und wann ich die alle spielen will. Wird sich rausstellen. Wird sich rausstellen. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, Steam Next Fest ist aktuell noch, ne, falls ihr Bock auf ein, zwei Demos habt, ähm, die gehen alle nicht, im Normalfall nicht so wahnsinnig lang. Also bisher war keine einzige Demo dabei, die wirklich über ne, so deutlich über ne Stunde oder so raus ist, ähm, aber die meisten sind so in 30 Minuten durch, sag ich mal. Ja, da, da kann man schon mal einen schönen Eindruck von Spielen bekommen. Also ich mag's allgemein sehr, dass es wieder mehr Demos gibt. Ähm. Ja, das ist irgendwann mal eingeschlafen, quasi, ähm, ne, dann gab's einfach nichts mehr. Du hast nach Demos gesucht und niemand hat Demos angeboten. Und inzwischen kommt das wieder so ein bisschen zurück und ich, ich find das großartig. Ich find das wirklich, wirklich großartig. Weil man halt einfach schon mal einen, einen Eindruck von einem Spiel haben kann. Was man allerdings auch sagen muss, gerade im Indie-Bereich, ähm, sind viele Demos gar nicht mal unbedingt Demos, in dem Sinne. Ähm, das ist wirklich selten, sag ich mal. Also es sind natürlich Demos, aber ich würde es eher als, ähm, Gekürzte Alpha- beziehungsweise Beta-Version bezeichnen. Eher Beta als Alpha. Ähm, ne, das, äh, das ist so, das, so, so eine Sache, die da existiert. Ähm, steht auch ganz oft dabei, so von wegen, es können noch Fehler, äh, also Bugs auftreten und so weiter und so fort. Was auch voll in Ordnung ist. Was auch echt voll in Ordnung ist. Ich hatte das tatsächlich mal, dass mir eine Demo abgestürzt ist. Ähm, ja, genau. Ansonsten, das Summer Game Fest ist vorbei. Ne, wir hatten letzten Donnerstag die große Keynote, ähm, gestreamt. Und danach noch Day of the Deaths, weil das direkt im Anschluss war. Das war sehr, sehr nice. Ich habe tatsächlich alles verfolgt davon. Ich habe jetzt 40 bis 50 neue Spiele auf der Wunschliste. Ich bin jetzt bei über 200 Spielen da drauf. Ich habe keine Ahnung, wann ich die alle mal spielen soll. Gut, der Großteil kommt noch irgendwann mal raus. Also von dem her, ne, das ist in Ordnung. Das kommt irgendwann mal. Aber da sind so viele tolle Spiele dabei. Und wie gesagt, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wann ich die alle spielen soll. Ähm, ja. Das wird auf jeden Fall noch spannend, sage ich mal. Ähm, aber hey, ne. Selbst wenn ich es nie spiele, ähm, nie kaufe oder sonst was. Immerhin habe ich einen Indie-Dev damit unterstützt. Das ein kleines bisschen sichtbarer zu machen. Einfach nur dadurch, dass es auf der Wunschliste steht. Kostet nichts, außer den Klick. Und tut nicht weh, ne. Ähm, genau. Ansonsten, mein Highlight war tatsächlich das neue Material zu Hollow Knight Silksong. Wahrscheinlich nicht nur mein Highlight, sondern das Highlight von ganz, 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 ganz vielen Leuten. Ähm, nachdem jetzt, glaube ich, eineinhalb Jahre lang Funkstille war von Team Cherry und gar nichts nach außen gedrungen ist. Und das sieht sehr geil aus. Also ich freue mich sehr auf Silksong. Und da es auf dem Xbox-Event war, ähm, und es da hieß, dass alles, was da erscheint, kommt innerhalb der nächsten zwölf Monate. Bin ich zuversichtlich, dass es tatsächlich innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheint. Auf den Markt kommt. Released wird. Und wir das vor allem auch spielen. Weil, ich weiß nicht, wer sich noch an Hollow Knight erinnert. Das ist großartig. Und ich werde Silksong totspielen. Und das auch hier on Stream. Definitiv. Da bin ich mir absolut sicher. Das wird, äh, nach dem Comeback das bis dato längste Projekt sehr wahrscheinlich. Ah, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich, ich freue mich wirklich sehr da drauf. Ähm, und ansonsten, genau, ist es eigentlich vorbei. Es gibt noch ein, zwei kleine Sachen, glaube ich, die noch sind. Heute Nacht zum Beispiel, ähm, für alle Final Fantasy VII-Fans übrigens. Da ist ja momentan ein 25-jähriges Jubiläum von dem ganzen Franchise und so weiter und so fort. Und letzte Woche hatte Square Enix noch angekündigt, dass da ein kurzer Stream stattfinden wird. Zu ein paar, und ein paar Infos, ähm, zu diesem ganzen Jubiläum geben soll. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, aber ich hoffe sehr, sehr stark. Und ich hatte das auch letzte Woche schon gehofft, eigentlich bei Dingens, ähm, beim Auftakt vom Summer Game Fest. Dass der zweite Teil vom Remake angekündigt wird. Oder was heißt angekündigt? Dass seine Entwicklung ist, ist ja bestätigt. Aber vielleicht sieht man was davon. Vielleicht zeigen sie einen Trailer. Vielleicht. Gut, mit dem Release Date rechne ich jetzt noch nicht. Aber hey, ne, einfach nur so ein paar kleine Info-Happen und ich bin schon wieder happy. Das wäre halt richtig, 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 richtig gut. Hm. Genau. Ähm, wie gesagt, heute Nacht um Mitternacht findet das Ganze statt. Auf, weiß ich nicht, googelt einfach nach Square Enix oder Final Fantasy VII Livestream und so weiter und so fort. Dann findet ihr das schon, glaube ich. Genau. So, ansonsten, was habe ich noch hier auf meiner, meiner wunderschönen Liste? Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe einiges aufgeschrieben. Hallo Hund. Tschüss Hund. Ähm. Ja, genau. Ich habe den Discord umgebaut, tatsächlich. Ähm. Der ist jetzt komplett neu strukturiert. Oder was heißt komplett neu strukturiert? Also es gibt schon noch einige Channels, die vorher auch da waren. Also den Großteil tatsächlich. Ich habe ein paar Channels gelöscht, die einfach niemand genutzt hat oder wo ich gesagt habe, so, ne, braucht es nicht. Ähm. Ähm. Ich habe tatsächlich auch neue Channels eingefügt. Ähm. Und wir sind jetzt auch ein Community-Server. Ähm. Ähm. Das heißt, wir haben richtige Announcement-Channels und so weiter und so fort, die von anderen Servern wiederum abonniert werden können. Und, äh, es gibt einen wunderschönen neuen Mod-Channel, den ihr natürlich nicht seht, wo Discord-Updates drin landen. Das ist eine Voraussetzung dafür. Ähm. Genau. Und ansonsten habe ich ganz, 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 ganz viel an den Rollen gespielt. Ähm. Ja, ihr habt es sehr wahrscheinlich mitbekommen. Es gibt jetzt insgesamt, äh, ja. Es gibt weniger Rollen. Ähm. Quasi User-Rollen in dem Sinne. Und es gibt, äh, viele thematische Rollen, sage ich jetzt mal. Also, ne, es gibt jetzt nicht mehr die... Oh, was waren's denn? Also zum einen habe ich das, das ganze Reise-Branding, äh, rausgenommen. Das, äh, war eine Sache, die halt einfach mit dem neuen Konzept und so völlig überholt war. Das ist jetzt weg. Ähm. Ihr habt jetzt alle die Rolle Menschen. Äh, 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 tatsächlich auch die bestehenden Mitglieder haben quasi den Benefit of the Doubt. Ähm. Ähm, neue Mitglieder müssen nämlich erstmalig Regeln akzeptieren. Und ja, wir haben jetzt Regeln auf dem Discord. Nix Extravagantes, ähm, ne. Sollte eigentlich relativ klar sein. Relativ klar einzuhalten sein. Genau. Und ansonsten, ähm, andere Streamer werden jetzt gehighlighted in der Sidebar, ne, die bekommen jetzt tatsächlich auch eine kleine Streaming-Rolle, während sie live sind, die dann auch, äh, ziemlich weit oben platziert ist. Das, äh, ne, so viel Networking muss auch sein. Ähm, das machen ganz, ganz viele, oder das passiert auf ganz, ganz vielen Discords und das finde ich auch voll in Ordnung. Ähm. Ähm, genau. Ansonsten, ne, bestimmte thematische Channel oder so. Kann man sich jetzt zum Beispiel auch über eine, äh, über eine eigene Rolle freischalten, indem man einfach, äh, auf diese Nachricht, auf die Regelnachricht quasi, ähm, reagiert mit bestimmten Emotes. Und, was es eben auch gibt, sind vier verschiedene Arten von Benachrichtigungen. Zum einen die allgemeinen Infos, sowas wie der Streamplan, bla bla bla, oder, ne, ganz, ganz allgemeine Ankündigungen. Ähm, dann gibt's eine eigene Benachrichtigung für Leute, die es interessiert, wann der Stream startet. Äh, das war mir wichtig. Ne, diese, diese unsäglichen at everyone Dinge, ähm, ich wollte die eigentlich schon ewig nicht mehr machen. Aber ich hatte ja nichts anderes. Äh, deswegen ein bisschen schwierig, ähm, tatsächlich, deswegen ein bisschen schwierig, deswegen habe ich das aufgearbeitet und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und dann gibt's noch zwei Rollen für, äh, es wurde ein neues Wort veröffentlicht für die Leute, die darauf Bock haben, das mitzubekommen. Und, ähm, auch, wann ein neues Video veröffentlicht wurde auf meinem leeren YouTube-Kanal, ne. Der, der ist halt tatsächlich noch leer. Ich plane da, irgendwann mal Videos hochzuladen. Die Sache ist, das ist immer noch ein Irgendwann. Das, es gibt keinen näher definierten Zeitraum für wann. Deswegen, ja. Ja, gerne mal draufklicken und ihr kriegt eine Info quasi. Ich glaube, wir haben sogar schon einen Abonnenten da drauf. Ich bin gar nicht sicher. Lass mich mal ganz kurz nachgucken. Ich glaube, irgendjemand hat sich schon mal getraut, da abonnieren zu klicken. Ja, Tatsache. Nice. Hahahaha. Das ist tatsächlich ganz cool. Ähm, danke dafür an der Stelle. Ja, ne, auf jeden Fall, ähm, da hab ich gut umgebaut, was das angeht, damit eben nicht so wahnsinnig viel rumgespammt wird, äh, von mir oder sonst, äh, weil das ist ja dann auch doof. Genau. Ansonsten hatte ich auch jetzt den Stream hier oder auch den Stream dann am Samstag als Event in dem Discord angelegt. Ähm, steht jetzt auch dabei, findet gerade statt. Der Server hat ein schönes kleines Icon. Die Hoffnung davon ist, dass vielleicht, äh, die eine oder andere Person darauf aufmerksam wird. Das wäre ganz cool, tatsächlich. Ähm, mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und, äh, ja, aber mal gucken, ob ich mir das bei mir halte. Das ist nicht viel Aufwand, aber mal schauen, mal schauen. Und Hallöchen, äh, ich weiß gar nicht, wie man dich ausspricht. I'michet. Hi, Hallöchen. Hahaha. Du hast mir ein Offline-Follow da gelassen neulich, ne? Ich glaube, das war offline. Oder war das offline oder kurz nach dem Stream? Ich bin mir nicht sicher, aber hi, Hallöchen, Hallöchen. Hahaha. Und Dankeschön dafür natürlich. Ich hab das wohl gesehen. Ahem. Ja. Shit, jetzt bin ich aus dem Konzept. Nee, bin ich nicht. Ja. Ahem. Einfach Imi? Ah, okay. Da kam das Empfehlung von Junkie. Stimmt. Ja. Ja. Da kam das her. Da kam das her. Okay, ja, cool. Ähm, ne? Danke nochmal. Nice. Freut mich, dass du da bist. Ähm. Genau. Genau. So. Hallöchen, Denise. Hi. Hallöchen. Shit. Wo war ich jetzt? Achso, ja. Discord. Discord. Genau. Damit war ich durch. Hahaha. Ansonsten hab ich hier drüben übrigens, ähm, ja, da drüben im Chat nochmal ein bisschen rumgebastelt. Der kann jetzt, äh, zum einen mit 7TV Emotes umgehen. Ich hab da ein, zwei eingebaut, ähm, und, äh, unterstützt jetzt auch die globalen 7TV Emotes. Ich hatte ja noch die Umfrage gemacht, dann hab ich den Channel gelöscht im Discord. Aber es hat sich rausgestellt, dass das doch die eine oder andere Person hier nutzt. Und deswegen hab ich das mal gemacht, wenn ich sowieso dran war. Und was ich auch eingebaut habe, ist, sollte jemand, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Tool heißt. Ne, es gibt ja ein Browser-Add-on, das, äh, Pronomen von Personen anzeigen kann. Ähm. Ähm, dann werden die jetzt auch angezeigt. Ich, ich kann ja mal ganz kurz, ähm, hier. Dauert einen Moment, bis das geladen hat. Ähm, ähm, so. Aber dann kann das jetzt eben auch da drin stehen. Ähm, ne? War relativ einfach zu machen, deswegen dachte ich mir so, hey, warum nicht? Warum nicht, ne? Wenn ich das hier schon als Safe Space angebe und, äh, wenn das jemand nutzt, ne? Machen ja auch nicht, bei Weitem nicht alle. Warum nicht? Warum nicht? Ach so, und, äh, neue Emotes werden aktuell gezeichnet. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe im Discord, irgendwie drehe ich mich voll um den Discord gerade, äh, auch schon Skizzen gezeigt von Peko. Es wird, glaube ich, großartig. Es wird, glaube ich, großartig. Ich freue mich da sehr drauf. Ähm, gucken wir mal, wann die fertig sind. So, gut. Dann bin ich mit meinem Monolog durch. Äh, wie geht's euch? Jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, ihr seid bisher ganz gut durch die Woche gekommen. Ähm, holy shit, habe ich jetzt echt eine halbe Stunde geredet? Ja, ich, offensichtlich. Warum? Oh Gott. Ja, nice. Schön, schön, schön. Ich habe tatsächlich noch eine Sache da stehen, ne? Also, die Frage gilt weiterhin, ne? Ist, äh, aber ich habe da tatsächlich noch ein Thema stehen, weil das relativ interessant ist, wie ich finde. Ähm, Twitch wirft um, wie Werbung angerechnet wird im Stream. Ne, ich hatte ja vor gar nicht mal so langer Zeit schon mal Werbung hier eingebaut. Ähm, also im Intro, wo sowieso nichts ist. In Pausen, wo sowieso nichts ist. Und kurz vor einem Raid, ähm, also am Streamende, wo sowieso auch nichts mehr ist. Jetzt haben sie aber halt angekündigt, äh, wenn du quasi drei Minuten Werbung pro Stunde schaltest, kriegst du einen festen Betrag, ähm, überwiesen. Hängt auch ein bisschen natürlich von, von Zuschauerzahl ab, von, äh, von Streamdauer und so weiter und so fort. Ähm, und dann hat auch niemand mehr Pre-Rolls. Also wirklich weg. Komplett weg. Ähm, und das soll es aber auch kurz für Affiliates geben. Ich werde mir das wahrscheinlich mal kurz anschauen, was das hier bedeuten würde für den Channel. Aber ich glaube nicht, dass ich es aktivieren werde. Ähm, dafür ist er einfach zu klein. Und, ne, lohnt sich sehr wahrscheinlich nicht. Sollte das irgendwann mal lukrativer werden, dann könnte es möglicherweise sein, dass ich vielleicht doch nochmal etwas umswitche, sag ich mal. Und hallöchen Dante. Hi. Weißt du, du musst Doki Doki Literature Club spielen, lesen, um Depressionen zu bekommen, ob es mit der Story zusammenhängt oder mit der Tatsache, dass du Single in einem dunklen Raum sitzt und zwei Tiefkühlspitzen gegessen hast, um danach Anime-Mädchen zu daten, weißt du nicht? Ähm, 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 okay. Doki Doki Literature Club ist übrigens großartig. Ähm, kann ich nur empfehlen. Großartiges Spiel. Ähm. Wirkt im ersten Moment ganz anders, als es eigentlich ist. Also, ne, falls ihr euch das mal anschauen wollt, tut es. Es, äh, ist eine Dating-Sim, aber mit einem sehr, sehr, ja, mit einem Einschlag von Horror. Und ich mag das tatsächlich sehr gern. Ähm, ja. Gut. Ich hab mich gerade tatsächlich gefragt, warum deine Nachricht da nicht im Chat on Stream steht, aber das liegt daran, dass du einen Command am Anfang geschrieben hast. Commands werden gefiltert. Ähm, ja gut. Okay. Nice. Tut es nicht, wenn ihr psychische Probleme habt. Darauf wird viermal hingewiesen. Äh, ja gut, aber dann, ja. Sind Horrorspiele möglicherweise auch ganz allgemein nicht unbedingt das Beste. Hahaha. Gerade Psycho-Horror. Der zielt ja schon auch auf gewisse Dinge ab, sag ich jetzt mal. Ah. Ahem. Aber ja. Ja. Ich kann's trotzdem nur empfehlen. Ist, äh, ist toll. Ähm, ich war leicht schockiert, dass ich das damals gespielt hatte, weil ich habe tatsächlich was anderes erwartet. Gut. Ja. Hab ich sonst noch was? Lass mich nochmal gucken. Steam Next Fest, hab ich erzählt. Summer Game Fest, hab ich erzählt. Discord, Chat, Emotes, hab ich erzählt. Twitch hab ich erzählt. Und dass der nächste Stream am Samstag um 20 Uhr ist, hab ich auch erzählt. Cool. Dann bin ich durch meine Notizen durch. Nice. Schön. Hahaha. Sehr schön. Das, äh, ging dann jetzt tatsächlich etwas schneller als erwartet. Aber da habe ich jetzt auch gar nicht mal das große Problem damit, weil dann bleibt nämlich mehr Zeit für Loot River. Ähm. Sagte er, kratzte sich im Nacken und vergaß, das Spiel zu wechseln oder einzuschalten. Aber dann machen wir das mal. Dann starte ich das mal eben kurz. Äh. Jetzt muss ich es halt erstmal finden. Wo ist Loot River? In meiner Steam Bibliothek. Äh. Wahrscheinlich bei L. Äh. Wo ist L? Da ist L. Ja. Ja. Genau. Hervorragend. Ähm. Genau. Wir spielen heute nochmal Loot River. Ähm. Das war ja das schöne Spiel mit, äh, Dingens. Ähm. Also das, das Roguelike, was wir das letzte Mal gespielt hatten. Ähm. Mit den Plattformen und dem starken Bloodborne-Einfluss, sag ich jetzt mal. Und was noch? Pixel-Look. Und Tetris-Einfluss. Und sehr, sehr geiles Konzept. Wir sind allerdings nicht so wahnsinnig weit gekommen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Boss gesehen. Hahaha. Das war ein bisschen schade. Aber gut. Ja, nee. Ansonsten, ähm. Für nächstes Mal habe ich Lost Ruins geplant. Ich habe noch keine Ahnung, was das genau für ein Spiel ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das nur gesehen. Fand das cool. Habe gesehen, dass es schon eine Weile raus war. Und. Ja, das war's. Ähm. Genau. Also, ne. Ich habe es nicht vor, irgendwie die nächsten 30 Tage nur Loot River oder so zu spielen. Das wäre ein bisschen over the top, sag ich mal. So, ich wechsle mal die Szene. Hervorragend. Sehr schön. Ja. Gucken wir mal. Ich habe garantiert alles vergessen. Es gibt einen Fortfahren-Button. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ach so. Für alle, die übrigens Interesse an dem Spiel haben. Ähm. Guckt mal hier, wo gleich was erscheint auf dem Bildschirm. Genau. Jetzt muss ich mir ganz kurz den Text da durchlesen. Das ist so nice. Die Übersetzung ist so gut. Die Übersetzung ist mega gut. Ne. Weil da steckt tatsächlich ein, der Text, der da erscheint, der das Spiel beschreibt, ist eigentlich Englisch und wird dynamisch übersetzt. Ähm. Und ich liebe es. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sind wir eigentlich? Wir haben null Sekunden auf dem Timer. Das heißt, wir sind wahrscheinlich draufgegangen. Ähm. Jetzt muss ich mich nur kurz erinnern, was wir gemacht hatten. Ja. Warte mal. Hier drüben ist, glaube ich, dieser Aufzug. Ja, da ist aber momentan ein Loch. Und da kommen wir auch nicht runter. Oder da kommen wir auch nicht weiter, weil da ist so diese riesige Hand hier. Genau. Äh. Gut. Das heißt, wir haben wieder Starting Weapons. Stimmt. Ja, wir sind das letzte Mal draufgegangen. Und dann habe ich das Spiel beendet. Richtig, da war was. Kleiner Funfact am Rande. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sieht. Aber das Spiel hat so eine ganz leichte Körnung. Ähm. Ja, so, 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 wie so ein, wie so ein Krisseln auf einem alten Fernseher quasi. Über dem Bild. Und das treibt die Größe von der Videodatei, ne, von der Aufnahme, ähm, unglaublich nach oben. Das letzte Watt hatte einfach schlanke 130, also, ne, 128 Gigabyte waren's. Ich bin tatsächlich fasziniert, dass das innerhalb von zwei Tagen von, ähm, von YouTube verarbeitet wurde. Ähm. Das war wirklich, wirklich spannend. So, wir investieren wieder einen Trank, würde ich sagen. Ach so, und ich muss ausprobieren, was, wie, wann war. Oh, das hier ist, oh, das hier ist Waffenwechsel. Das hier ist der Dash. Das hier ist Blocken. Ja, Blocken oder Backstep. Oh, so greife ich an. Oh ja, richtig. Ja. Das war Magie. Und was die Taste macht, weiß ich nicht mehr. Ach so, ja, genau. Und der rechte Stick macht diesen hier. Oh Gott. Auf dich habe ich ja jetzt schon keinen Bock. So. Wir laden gleich mal auf. Ne, das Ziel ist ja heute schon ein bisschen weiter zu kommen. Das wäre zumindest ganz cool. Äh, lasst mich mal ganz kurz, das ist Dingens. Wo ist denn die Map? Da ist die Map. Auf der Map sieht man nämlich auch, das kam nämlich erst mit einem der letzten Updates vom Spiel, habe ich neulich gesehen. Ah, nein. Oh Gott, bin ich doof. Ähm. Mit einem der letzten Updates kam das tatsächlich erst die Sache, dass man seine alte Seele, ähm, oder sein altes Dings quasi wieder einsammeln kann. Seinen alten Stuff. Seine alte Ausrüstung. Und das ist schon ganz praktisch. Weil so kriegen wir halt möglicherweise unsere OP-Waffe nachher gleich mal wieder. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, was ist denn das hier? Ist auf jeden Fall stärker als unser Speer. Ja, dann tauschen wir den mal aus, ne? Ähm. Ist das ne Giftwaffe? Das ist ne Giftwaffe, oder? Oh ja, fügt Giftschaden. Oh. Okay, ja, das ist ja nice. Da hab ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass das irgendwie sowas in der Richtung tut, aber... Oh. Warte mal, ist hier drüben auch noch jemand? Da drüben ist auch noch jemand. Den, glaub ich, können wir auch nochmal kurz besuchen. So. Da nehmen wir nämlich die Level so weit, wie es geht halt mit, ne? Oh ja, und der proggt auch offensichtlich sofort. So. Was ich übrigens das letzte Mal auch noch nicht wusste, wo ich nur geraten hatte, weil sich die Level halt verändert haben oder anders angefühlt haben. Die werden tatsächlich prozedural generiert. Und, äh, ich mag das eventuell sehr. Muss ich tatsächlich so zugeben. Okay. Das läuft doch bisher eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Äh, ich bin jetzt tatsächlich sehr vorsichtig gerade. Aus Gründen. Ich will halt nicht drauf gehen. Okay, der ist jetzt vergiftet. Aber das gilt nicht allzu lang, die Vergiftung, wie es ausschaut. Au. Oh mein Gott. Der haut ganz schön zu. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. So. Jetzt haben wir hier zwei von den Freunden. So. Lassen wir die mal hier lustig durch die Gegend wandern. Das finde ich in Ordnung. Oh, die leben beide noch. Das ist nicht gut. So. Und. Ja. Jawohl. Wir haben ein Level up. Das heißt, wir gehen direkt mal in Vita. Vita ist hervorragend. Oh shit, da steht ja auch einer. Ähm. Und. Zack. Also der, die Waffe ist gar nicht mal schlecht. Die haut nämlich gut zu. Das, äh, hatte ich so nicht vermutet, wenn ich ehrlich bin. Die ist zwar nicht unbedingt schnell. Aber sie macht gut Damage. Äh. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier ein Schwert und das ist ein Speer. Ich glaube, wir tauschen. Das hat ein bisschen mehr Gleichgewicht gerade und ein bisschen mehr Geschickskalierung. Gut. Wir haben momentan da noch nicht so wirklich viel. Was das angeht. Ich glaube aber, wir sollten eher auf Stärke gehen. Hä? Weißt du was? Wir nehmen die mal mit. Weil mit, mit unserer Axt haben wir ja eh eine Waffe, die auf Short Range ausgerichtet ist. Und da macht es ein bisschen mehr Sinn, glaube ich, jetzt auf Dingens zu gehen. Ähm. Wo können wir denn? Da, da. Oh. Ach so, ja. Und allgemein vielleicht Waffe wechseln. Das ist auch ganz gut, habe ich gehört. Oh nein. Okay. Der pinke Dude da unten ist ein bisschen ein Problem. Ach so, nee. Jetzt dachte ich gerade, die Plattformen hier können kaputt gehen. Tun sie aber nicht. Stattdessen ist das eine Leiche. Das habe ich jetzt gerade komplett falsch gesehen. So, gehen wir mal hier rüber. In der Hoffnung, dass er jetzt nichts macht. Doch, macht er. Das aber nicht so wild. Oh Gott. Ist wild. So. Jetzt ist es nicht mehr wild. Ähm. Da haben wir schon wieder. Ne, das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ja, komm. Ich bleibe jetzt erstmal echt vorsichtig, ne? Sagte er ja und ging fast drauf. Saubere Luft. Sprachenköpfe geben bei Treffern keine Giftwolken ab, aber dafür sind ihre Dolche vergiftet. Okay, das ist ein Modifikator. Den können wir mal mitnehmen, glaube ich. Das machen wir auch mal. Äh, schauen wir mal, was der bringt. Also, ob der wirklich sinnvoll ist für uns. Über früh oder lang. So. Äh, was sagt denn die Map eigentlich? Ich hätte gerne einen direkten Map-Button. Okay, da links ging es eh nicht weiter. Das heißt, das ist der einzige Weg, den wir gerade nutzen können hier. Das ist in Ordnung. Dann geht es hier rüber, darüber, da... Für mich als Programmierer ist das übrigens super spannend, ähm, prozedurale Level zu haben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Vor allem, dass sich die dann irgendwie auch lösen lassen. Das finde ich mega nice. Oh Gott, wir haben jetzt schon diese dämlichen Dingens-Typen. Okay, was ist das hier? Zauber der alternativen Medizin. Wandelt 0,2 Schaden. Sind Gesundheit um, aber dafür sind Tränke weniger wirksam. Ja, das, das nehme ich mal mit. Das können wir machen. Damit kann ich leben. So. Ich hoffe, niemand von euch hat das hier irgendwie riesige Action erwartet. Dafür bin ich gerade einfach viel zu vorsichtig. Weil ich echt Schiss habe, hier drauf zu gehen. Ich will hier nicht drauf gehen. Na, komm her. Komm. Put, put, put. So. Wie gesagt, ich würde es wahnsinnig gern heute zu einem Boss schaffen. Und da das Ganze ja Roguelike ist, heißt das, wenn wir drauf gehen, starten wir immer wieder von komplett vorn. Und komplett vorn bedeutet, wir sehen das hier halt auch immer und immer und immer und immer wieder. Und das will ich halt ganz gerne vermeiden. So. Ein. Okay. So weit, so gut. Hallo. Okay, 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 okay. Na komm. Hau zu. Zu es. Na bitte. So. Sehr schön. Was ist da drin? Oh, jede Menge blaues Geblubber. Das ist wunderbar. Das brauchen wir nämlich. Das brauchen wir nämlich. Was sagt die Map? Ja, wir kommen hier ganz gut voran, würde ich sagen. Ja, wusste ich es doch. Wusste ich es doch. Ich hätte gerne eine Fernwaffe, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich das unglaublich gern. Hat das jetzt überhaupt Damage gemacht gerade? Ich bin nicht sicher. So. Okay, wir haben noch ein Level Up. Das geht auch wieder in Vita. Ähm, Leben ist wichtig. Das habe ich in diesem Spiel bisher gelernt. Leben ist super wichtig. Äh, jetzt gucken wir mal. Der Typ kommt hier angeschissen, ne? Das macht jetzt aber nichts, weil jetzt steht er nämlich an einer sehr, sehr guten Position. Fump. So. Und ist schon draufgegangen. Das ist wunderbar. So. Sehr schön. Sehr schön. Wir müssen hier auch noch die kleinen Scheiße wegmachen. Ähm. Fällt mir gerade so ein. Oh mein Gott. Warum ist der unsichtbar? Oh. Was ist das? Das ist neu. Das ist neu. Das kenne ich nicht. Das haben wir das letzte Mal nicht gesehen, dass es hier unsichtbare Gegner gibt. Oh mein Gott. Und schnell ist er auch noch. Zu schnell. Für meinen Geschmack. Bitte was? Oh ja. Schaut euch das mal an. Das ist alles auch so gut. Okay. Gift regelt. Wunderbar. Blutiges Werkzeug. Was ist das denn? Nicht. Oh. Darauf können wir verzichten, glaube ich. Das ist nicht so cool. Hm. Hat einen hübschen Rückstoß. Hat einen sehr, sehr hübschen Rückstoß. Aber macht halt nur drei Schaden. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Am Gleichgewicht. Ne. Ne. Leider. Leider nein. Schade. Wir haben jetzt übrigens zwei Tränke gebraucht. Was gar nicht mal so cool ist. Weil eigentlich war das Ziel, möglichst keine Tränke zu brauchen. Was offensichtlich nicht funktioniert hat. Hallo, mein Freund. Ja. Schön, dass du auch hier bist. Komm, hau zu. Sehr gut. Oh, er ist halt fast tot. Fast. Es fehlt nicht mehr viel, dass der stirbt. Wie kommen wir denn hier hin? Das ist ein riesiger Block hier. Und ich weiß nicht, wie wir da hinkommen sollten. Das geht offensichtlich nur von links, wenn ich mir oben rechts die Map so anschaue. Ja, das scheint tatsächlich nur von links auszugehen. Ja gut. Das ist ein bisschen schade, aber er ist auch kein Weltuntergang. Bei denen muss man ja ein bisschen aufpassen, die vergiften sonst mich. Was haben wir hier? Die Klinge des Reisenden. Ne. Ist auch ein Schwert. Kann man auch darauf verzichten. Ich meine zwar an sich Schwerter, aber irgendwie finde ich unsere Axt sehr sympathisch. Wenn ich ehrlich bin. Ich mag die Axt. Ich mag die Axt sehr. So. Und hier. Und da. Und hier. Und da. Und hier. Und. Oh mein Gott. Au. Au. Hm. Wir wurden vampiert. Oh hallo. Da ist ja was hübsches. Schau mal. Kommen die näher? Mhm. Okay. So. Scheiße. Jetzt hat er mich vergiftet. Das war nicht der Plan. Aber es hat sich gelohnt, hierhin abzubiegen offensichtlich. Denn wir haben ein bisschen Geld gemacht. Ähm. Achso. Ja, warte mal. Da kommen wir ja schräg rüber. Das ist in Ordnung. Wo geht's denn hier? Oh. Warte mal. Oh. Da ist unser Aufzug. Da ist das Ende des Levels. Oh. Ende des Levels. Hallo. Nee, vergiss es. Ich weiß nicht. Nehme ich die beiden hier noch mit? Ja, ne? So. Es gäbe bestimmt auch noch das eine oder andere Coole, was wir irgendwo uns einverleiben könnten. Ähm. Shit, jetzt hat er mich wieder vergiftet. Ich hab's wieder übersehen. Ich darf nur einmal zuhauen und dann muss ich weg. Einmal zuhauen und dann weg. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Hallo. Aua. Scheiße. Jetzt war ich zu langsam. Gebe ich zu. Okay. Komm her. So. Und. Bäm's. Komm her. Okay. Da kommen wir so nicht weiter. Alles klar. Ähm. Oh Gott. Ne. Dich muss ich nicht machen. Dich, wenn ich irgendwie dran vorbeikomme. Äh. Lass mich nochmal hier. So. Dich kann ich da hinfahren. Dich kann ich hier hinfahren. Dann komm ich. Aber auch nur bis da. Ja. Okay. Okay. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das heißt, wir kommen hier nicht durch. Ja. Wohl. Warte mal. Ne. Wir kommen da nicht durch. Okay. Gut. Dann gehen wir zum Aufzug. Und zum Ende. So. Dann laufen wir hier hin. Looten hier noch ein bisschen. Oder was heißt looten? Wir machen alles kaputt. Ich habe übrigens keine Ahnung, was dieses, ähm, kleine Goldgeblinke quasi ist. Ähm, das da ab und zu mal um uns rum schwirrt. Ich glaube, das ist, ne, ich weiß nicht, was es ist. Das könnte Erfahrung sein. Vielleicht bringt Dinge zerstören an sich einfach auch schon Erfahrung mit sich. Durch die man hier leveln kann. Wäre durchaus, ähm, durchaus möglich. So. Gut. Wir haben jetzt 16 Minuten und 12 gebraucht. Fürs erste Level. Wo noch nicht mal ein Boss ist. Also nicht mal ansatzweise. Hallo. Dankeschön. Für zwei Tränke. Nice. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt, äh, Will ich bei Soap investieren? Tränke sind halt so eine unglaubliche Mangelware, ne? Es gibt auch nicht sowas wie Bonfire oder sonst wie sowas in der Richtung, wo sich dann Sachen auffüllen. Nein, nein, das ist, äh, nicht existent hier. So. Emmett, was hattest du denn eigentlich? Ähm. 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 Ich bin gerade am überlegen, was ist das? Das ist doch eigentlich... Das ist ein Skilltree, ne? Ich höre die Intelligenz. Nein, das ist keine Intelligenz. Das ist... Oh. Das ist Ausrüstung. GG. Dankeschön. So. Äh. Das ist Ausrüstung. Das ist ein Skilltree. Glaube ich. Ich bin nicht sicher. Nee, das ist Magie. Du wirst unsichtbar. Hallo. Ja, das hätte ich gerne. Springt nach vorn auf eine entfernte Plattform. Die Sprungdistanz wird durch Intelligenz erhöht. Oder... Das können wir nicht machen. Für mehr Unsichtbarkeit müssen wir schlauer sein. Ähm. Oder mehr Wissen. Sagen wir es mal so. Äh. Aber ich glaube, ein Schild ist nicht schlecht. Ich glaube, ein Schild ist tatsächlich gar nicht mal doof. Okay, das heißt, wir haben jetzt mal sämtliches Wissen von uns investiert. Und jetzt haben wir auch wieder volles Leben. Warum haben wir jetzt volles Leben? Das, ähm... Muss ich jetzt, glaube ich, nicht verstehen. So, was hast denn du eigentlich? Du hast, glaube ich, Zeug zu verkaufen, oder? Nein. Du hast nicht Zeug zu verkaufen? Oh. Ich glaube, wenn ich das hier richtig verstehe... Ähm. Das Spiel erklärt halt nicht so wahnsinnig viel. Also eigentlich nichts. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, ist... Ne, wir finden Speere des Künstlers. Wir finden Schwert des Schuldigen. Wir finden die Infanterie-Axt. Und wir finden die Klinge des Heißenden. Ähm. Und wenn ich das hier richtig sehe... Oder wenn ich das richtig vermute, ist das quasi... Oder sind das hier jetzt Sachen, die droppen? Ähm. Ne? Und wenn wir jetzt das hier erforschen würden, rein theoretisch... Würden wir wahrscheinlich auch Klaue des Deimos finden. Oder das Panoptikum. Das übrigens sehr geil aussieht. Holy. Ähm. Ach so. Und die Spenden will ich dir nix. Ne. Auf gar keinen Fall. Hey, wie die... Hallöchen. Hallöchen. Hi. So. Äh. Hatten wir nicht irgendwo noch einen... Händler? Wir hatten doch irgendwo noch jemanden, bei dem wir goldlos werden konnten, oder? Bilde ich mir ein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ne? So. Hühnerstreichel. Gack, gack. Das kann man mal eben schnell machen. Danke für die Tipps nochmal. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Aller Anfang ist schwer, ne? Ist ne Weile her bei mir, aber... Ist doch noch irgendwie präsent. Ähm. Ein bisschen. Glaube ich. So. Wir investieren einen Trank. Dann haben wir nur zwei für unterwegs. Doch. Das machen wir. Weil wenn wir gut durchkommen, dann passt das an den Finder dieser Notiz. Flieh aus dem versunkenen Dorf in weniger als zwei Minuten und erhalte eine Belohnung. Das hatten wir das letzte Mal schon mal gesehen. Und, äh, das ist ne Sache, die wir sehr wahrscheinlich nicht finden. Äh, nicht, nicht, äh, ja. Die sich sehr wahrscheinlich bei uns nicht so wahnsinnig schnell ergeben wird, dass wir da in zwei Minuten durchkommen. Obwohl das letzte Mal, glaube ich, hatten wir es in... Sechs Minuten? Acht Minuten? Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, man kriegt dann ja doch so ein bisschen Ahnung von dem Ganzen. Und wenn man nicht jeden einzelnen Gegner haut, kriegt man keine Erfahrung, aber man kommt schneller durch. Hm. Ne? Muss noch vieles einstellen und so. Ja. Ja, das ist leider tatsächlich so, ja. Das ist sehr, sehr viel einstellen. So. Schön. Damit sind wir... ...in der zweiten Gegend. Und haben direkt hier mit diesen Typen zu tun. Die übrigens ganz, ganz toll sind, weil die können ihre Schwerter ausfahren. Und ich stehe hier offensichtlich richtig beschissen. Toll. Ich dachte, ich stehe hier gut, aber da war eine Wand. So. Habt ihr gesehen? Langes Schwert. Und die haben ein langes Teil. So. Auch schön, aber die brauchen nur zwei Hits und dann sind sie tot. So. Schön vorsichtig hier vorgehen. Der Rückschloss, äh, Rückschloss, genau. Der Rückstoß ist halt schon auch nice. Wo ist die Böse, Alte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie hier. Geschrieben hat sie jedenfalls noch nichts. Hi, Rapid. Hallöchen. So. Willkommen bei Loot River. Runde zwei. Ähm. Passiver Effekt. Fügt zwei Punkte Vitalität hinzu. Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist ohne Frage. Das will ich. Das will ich auf jeden Fall. Guckt mal, wie unsere Lebensleistung jetzt größer geworden ist. Das ist richtig gut. Äh, nein. Stopp. Wait. Wait. Ich bin nicht fertig. Ich. Nee. Warte. Okay. Jetzt. Sehr schön. Das wolltest du dir, äh, das wolltest du dir auch mal angeschaut haben. Bist du noch nicht dazu gekommen. Äh, es ist großartig. Großartig schwer. Ähm. Oder was heißt schwer. Ich stelle mich halt auch doof an. Ich bin es halt nicht gewöhnt, ein Roguelike zu spielen. Also, ein richtiges Roguelike. Wo, wenn du drauf gehst, wieder komplett von vorne anfängst. Wobei, ein bisschen Progress macht man. Ich bin mir nur noch nicht sicher, oder so hundertprozentig sicher, wie sich der dann auch vererbt. Ähm. In die nächsten Runden. Aber es macht wirklich, es macht wirklich viel Spaß. Ist schon sehr cool. Äh. Jetzt pass mal. Oh. Hi. Na, mein Großer? Wenn ich hier stehe, müsste ich dich eigentlich treffen können. Und weg. Und. Bams. Au. Jetzt hat er uns getroffen. Aber du gehst drauf. Das ist sehr gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Und manchmal ist es auch gar nicht mal so leicht, hier, äh, durchzukommen. Durch das Ganze. Ähm. Dadurch, dass es prozedural ist. Das kann auch mal ein bisschen fies sein. Sich hier einen Weg zu bahnen. Äh. Wurde ich jetzt getroffen? Nee, ne? Ich glaube, nein. Oh shit. Ich kann hier gar nicht weg von dir. Voll übersehen. Ähm. Wenn in irgendeiner Form was vorhanden bleibt, ist es halt ein Roguelite. Das weiß ich halt noch nicht. Also Stats etc. sind auf jeden Fall weg. Ob irgendwas aus dem Shop übrig bleibt, da bin ich noch nicht 100% sicher, weil wir jetzt das gerade das erste Mal was eingekauft haben. Oh, was haben wir denn hier? Wieder eine Klinge des Reisenden. Nee, niemand will die. Oh, wartet mal. Lass mich mal auf die Map gucken. Wo ist denn unser alter Stuff? Da ist unser alter Stuff. Okay. Wir müssen uns quasi nach Südosten begeben. Mehr Osten als Süden. Okay. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Weil da ist unsere OP-Waffe. Vom letzten Mal. Die, wenn wir wiederbekommen, dann geht hier aber die Post ab. Das sage ich euch. So, jetzt haben wir... Zack. Zack, zack. Ich würde ganz gerne hier mit dem Ding hier durch die Gegend fahren. Mit dem hier. Ja, war eine gute Idee, das hier zu nehmen. Dieses Taxi. Der Wasserschelter ist... Der Wasserschelter ist so geil. Ich liebe es. Das ist voll gut. Das ist tatsächlich richtig gut. Die Stelle da drüben ist nicht so gut. So, komm du mal hierher. Passt. Okay, ich habe dich erwischt, bevor du mich erwischt hast. Sehr schön. Sag mal, erwische ich den gerade nicht? Bin ich echt so doof? Ja. Offensichtlich. Stirbst du schon noch ein Gift? Nein. Also Giftlinge ist nice. Um das nochmal anzumerken. Ah! Oh Gott. Ich habe dich erwischt. Warum wollte ich nochmal hier runter? Hier ist nix. Warum habe ich jetzt überhaupt gegen den gekämpft? Bin ich mal wieder hervorragend schlau. Das kann ich besonders gut. So. Okay, Level 4. Warte mal. Warte, 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 warte. Wie nutzen wir eigentlich unseren Stuff? Jetzt mal ganz doof gefragt. Wie nutzen wir eigentlich unseren Stuff, den wir jetzt vorhin hatten? Ich wollte es gerade in Intelligenz leveln, weil es bestimmt ganz nice. Ich bin aber noch nicht sicher, ob das wirklich was bringt, weil ich weiß ja noch nicht mal, wie ich unsere Magie einsetze. Dann gehen wir erstmal in Stärke. Stärke ist schön. Kann ich hier was auswählen? Geht das irgendwo? Ne, das sind die Modifikatoren. Ah! Die Dinger hier, die Dinger hier sind offensichtlich persistent. Stimmt, diese Modifikatoren, die bleiben. Die findet man anscheinend einmal. Und dann war es das. Aber ich glaube, der Rest ist alles tatsächlich jedes Mal neu. Komplett neu. So, komm mal her. So. Ah ja. Gut. Dich hat das Gift zerlegt. Ring der Vitalität. Fügt einen Punkt Vita in... Äh. Ja. Das bringt uns jetzt spontan noch nicht mehr Leben. Aber prinzipiell später. Hoffe ich. In irgendeiner Art und Weise. Wo müssen wir hin? Ich würde ganz gerne, glaube ich, hier so ein bisschen runterfahren, wenn ich ehrlich bin. Aber da gibt es nichts, womit... Da gibt es gerade nichts, womit wir fahren können. Ähm. Um in diesen Bereich da zu kommen. Was haben wir denn da oben? Gleiches Ding. Ich kann da halt nicht rüber chatten. Ah, warte. Nee, das geht ja nicht. Geht das? Nein. Krieg ich dich? Nö. Nee. Ah. Shit. Okay, wir kommen da nicht hoch. Das heißt, ich hoffe, unser Zeug... Ja, okay. Das ist... Bis zu unserem alten Stuff ist da noch richtig, richtig, richtig viel... Ähm. Weg vor uns quasi. Oh, warte mal. Möglicherweise mit dir. Hallo. Ja, nee, halt auch nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich halt hier nicht mehr zurückkomme. Ja, shit, okay. Oh, hi. Muss ich da hin? Nee, ne? Nee, dann lassen wir das mal. Wenn wir nicht hin müssen... Kann ich da auch gut drauf verzichten. So. Großes Dingens. Ich würde es mal so langsam... Eeeh. Iiii. Was bist du denn? Scheiße, so ein Vieh kennen wir schon. Ich bin nicht sicher, ob das auf dem Weg zu unserem... Zu dem roten Punkt ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass... Ja. Okay. Au. Fuck. Das tut einfach so weh. Alles klar. Einfach nur durch existieren. Oh, scheiße. Heilt sich das Vieh durch Gift? Ja, geil. Wie oft willst du daneben schlagen? Ähm. Das Vieh macht Damage. Und das ist halt noch nicht mal ansatzweise ein Boss. Ja, das Vieh bringt uns jetzt um. Wir haben keine Heilung mehr. Zeig doch. Scheiße. Ich glaube, das war auch tatsächlich das letzte Mal das Problem. Ich glaube, das war tatsächlich das letzte Mal auch das Problem. So, jetzt gucken wir mal. Ähm. Gut gemacht. Hi, Eol. Dankeschön für 27 Monate. Und, äh. Das ist sehr vermutlich sehr ironische GG. Hallöchen, Hallöchen. Rest in Pizza. Oh, das wäre so schön. Okay, aber das Zeug bleibt tatsächlich... Okay. Skills bleiben offensichtlich doch. Das ist schon mal ganz gut. Wir können zwar jetzt nichts kaufen. Aber wir müssen halt nochmal von komplett vorn durch. So, können wir uns hier irgendwas leisten? Ne. Ne. Können wir nicht. Geld haben wir auch nicht. Ihr Fiss hat was zu sagen. Achso, Modifikatoren ausrüsten. Hm. Gut, das mit den Feuerfallen haben wir ja schon. Was ist denn das? Spurenköpfe geben bei Treffern keine Giftwolken ab. Aber dafür sind ihre Läuliche vergiftet. Ja, das macht es nicht besser. In der Feste dürfen sich mehr Reisende aufhalten, was zu mehr Feinden führt. Okay. Ne, das will ich noch nicht. Das könnte ganz nett sein. Okay. Schauen wir mal. Ich gehe hier oben gleich nochmal den Deal ein. Ey, alles gut bei dir? Gut durch die Woche gekommen bisher? So. Oh. Hi. Oh ja, wir haben jetzt tatsächlich, stimmt, wir haben ja den Modifikator oder, äh, nee, war das ein Modifikator? Ich glaube nicht. Wir haben ja irgendwas für zufällige Magie bei Start. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir das jetzt tatsächlich haben. Weil wir haben hier zwei Dinge drin, die ich nicht kenne. So, nehmen wir mal dich hier kurz. Ja. Das war gut. Woche war zu kurz, morgen letzter Urlaubstag. Äh, stimmt doch, du hattest Urlaub. Hast du irgendwas Hübsches gemacht, wenigstens? Im Urlaub. Okay. Was bist du? Jeder fünfte erfolgreiche Combo-Treffer ist ein kritischer... Hallo. Ja, dich nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ähm. Er hat der Ringe Online mal wieder gespielt. Was gibt's noch, ne? Offensichtlich. Krass. Das ist doch auch schon uralt, oder? Ja. Das war von meiner Seite aus daneben. Oh Gott, das Ding macht halt null Damage. Ähm. Das macht halt nichts. Nichts macht das. So, komm du mal hier rüber. Dann gehe ich nämlich hier hin. Bye. So. Okay, das stimmt. Wir hatten ausgerüstet, dass Dolche, äh, Giftschaden machen. Ich erinnere mich. Da war was. Ähm. Mäh. Es geht wahrscheinlich hier wieder nach rechts rum irgendwo hin. So, hier quasi. Bye. Ich versuche es gerade mal hier so ein bisschen flott durchzukommen. Die zwei Minuten schafft man eh nicht mehr. Dafür ist schon vorbei. Ich hing gerade fest und dann hat mich der komische Vogel, Gargoyle, was auch immer hier angegriffen. Ähm. So. Stufe zwei. Ist ja schön. Wir gehen direkt wieder in Vita. Andererseits, vielleicht muss ich gar nicht in Vita gehen, wenn wir... Mh. Wenn wir Stärke mitnehmen. Vielleicht wäre das ein Deal, den ich eingehen kann. So. Okay. Ja, dann, äh... Ne, unter zwei Minuten haben wir es jetzt nicht geschafft. Upsa. Aber drei Minuten 34. Für Startlevel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und dann live dein Abo, bekommst du ständig Gratispunkte. Bringen die dann auch was? Also so richtig. Machen die wirklich was aus? Oh, das ist nice. Guckt mal, wir haben jetzt tatsächlich vier Tränke. Uh. Gut, wir haben aber auch nichts, was wir investieren können. Das heißt, wir können eigentlich sofort wieder umdrehen und hochfahren mit dem Lift. Ja, schön. Schön. Okay. Gehe ich auf Speedrun? Ne, 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 ne. Pff. Nein. Aber nachdem das erste Level es gerade vorher in über 16 Minuten gedauert hat, dachte ich mir so, ne, muss jetzt nicht. Und es gibt anscheinend irgendeine Belohnung, wenn man es in unter zwei Minuten schafft. Was wir aber halt noch nicht geschafft haben. Gucken wir mal. Wie lange mache ich heute? Äh, bis um elf. Bis um elf. Quasi wie immer. So. Dann roll ich sie nachher zu mir rüber. Nice. Oh, was ist das hier? Ist die besser? Nein. Nicht mal Ansatz. Oder? Nein. Ne. Kann liegen bleiben. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So. Warte. Au. Ja, das war halt genau nicht der Plan, ne? Scheiße. Pump. Und. Okay. Okay. Ihr kennt mir hier gerade nichts, weil ich tiefer bin als ihr. Wo geht's denn hier hin? Wie sieht denn die Map hier überhaupt aus? Okay, wir müssen nach hier oben. Alles klar. Dann. Dann. Okay, ich will das Schwert nicht nehmen. Das wirft mich nämlich auch durch die Gegend. Wenn ich auflade. Das macht der Speer halt nicht. Ich mag zwar den Speer nicht sonderlich. Aber ich würde halt schon ganz gerne stehen bleiben. Wo ich bin. Bei diesen Hit and Run Sachen. So. So nämlich. Oh. Ach so. Ihr könnt mir nichts und da ist eine Ruhe. Hallo. Au. Wo schlage ich hin? So. Überall. Nur nicht dahin, wo ich wollte. Großartig. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich pariere wohl gar nicht mehr. Ich habe vergessen, wie das geht. Er und du kennst mich. Das ist eine Woche her. Glaube ich. Ich bin da nicht mehr sicher, ob es eine Woche her ist. So. Außerdem ist Hit and Run nice. Abgesehen davon, dass unsere Waffe scheiße ist. Und wir wahrscheinlich heute nicht so schnell so eine OP-Waffe, wie wir es das letzte Mal finden. Äh. Warum treffe ich dich nicht? WTF? Du stießt doch nah genug hier, oder? Ah, jetzt? Oh, weil ich schon auf der Stufe war, oder? Ich war nicht ganz auf seinem Level. Warte mal. Oh. Ah. Ja, das war tatsächlich richtig unsichtbar. Aber es hält nicht so wahnsinnig lang an. Aber cool ist es. So. Ähm. Da. 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 Nee, nicht da. Ähm. Hö. Ach so. Äh. So. Äh. So. Mhm. Mhm. Okay. Was haben wir hier drüben? Nichts. Da auch nicht. Warum sieht das hier so aus, als würde es hier geradeaus zu einem Boss gehen? Warum ist das hier so... Oh. Okay. Nee, alles gut. Hi, Tobi. Zauber der Heilung durch Parieren. Hahaha. Können wir uns eh nicht leisten. Hahaha. Wir haben keine 60 Münzen. Wäre schön, aber haben wir nicht. Wir sind halt einfach ein armer Schlucker. So wie immer. Und wir kämpfen uns hier wohl oder übel mit der schwächsten Waffe durch, die wir finden konnten. Oh. Okay, jetzt muss ich heilen. Hilft nix. So, komm und. Okay, passt. Äh. Ich drücke halt immer auch... Ich drücke halt auch immer die falsche Taste. Okay. Oh. Oh. Hi, Jungs. Hallo. Das ist jetzt gar nicht mal so cool. So. Moment. Na. Wenn es halt wenigstens zwei Klötze wären oder zwei Plattformen, dann würde ich jetzt einfach auf die rechte fahren, äh, und dann weiter. Aber ist es ja leider nicht. Okay, du brauchst noch einen aufgeladenen und einen kleinen. Ja. Gut. Hallo. Ich habe vergessen, dass die Waffe gegen die Viecher nicht saugt. So, was ist das hier? Klinge des... Feuerschaden. Feuerschaden. Hm. Hatten wir noch nie. Nehmen wir. Hallo. So habe ich die Möglichkeit, vier zu killen? Ja, aber ich will ja durchkommen und nicht alles töten, ne? Okay, Feuer ist mega gut. Feuer ist mega gut. Also, tatsächlich richtig gut. Bist du eine Stärkewaffe? Ne, nicht wirklich. Ihr seid Geschickwaffen. Dann gehen wir jetzt mal auf Geschick. Dann scheißen wir jetzt tatsächlich gerade mal auf, ähm, Dingens. Ähm, sag schon. Auf Leben. Und gehen voll auf, äh, voll auf Geschick. Zumindest jetzt im Moment, ne? In diesem einen Level-Up, das wir bisher haben. Au! Sag mal. Okay, Feuer ist, äh, geil. Und da hätte ich gar nicht hingemusst. Da hätten wir gar nicht hin müssen. Äh, hier ist nochmal so eine Riesenplattform. Da ist der nächste Händler. Haben wir jetzt was, was wir uns leisten können? Hallo, Mobi. Hi. Ausdauer. Weiß ich nicht. Brauchen wir Ausdauer? Also tatsächlich, ernst gemeinte Frage, brauchen wir Ausdauer? Was macht Ausdauer? Bestimmt dann gleich Gewicht, verlängert das Zeitfenster für erfolgreiches Parieren und erhöht den Multiplikator für kritischen Schaden. Also nein. Weil wir parieren nicht und kritisch machen wir halt auch nicht. So. Und das hier war, glaube ich, das letzte Mal war das hier so eine Bonus-Area. Wo wir unsere... Ja, genau. Hallo, Kallum. Hier haben wir nämlich unsere Seele verkauft und, äh, genau. Wir werden Objekte aus einer anderen Welt holen. Eines, das in dieser Welt nicht verfügbar ist. Dafür wird er dir aber etwas abnehmen. Ja, bitte nicht leben. Was hast du mir jetzt abgenommen? Was ist das hier? Das war doch gar nicht so übel. Geh jetzt. Was hast du uns abgenommen? Was hast du uns gegeben? Hä? Leute? Ich, ich... Hallo? Ich würde das hier gerne aufnehmen, aber ich kann es nicht aufnehmen, weil das so scheiße liegt. Schauen wir mal bei den Modifiern. Ne, da ist nichts dazugekommen. Es müsste das hier sein, aber ich kann es nicht aufnehmen. Oh nein! Oh, warte. Scharenschnitter. Jetzt kann ich... Okay. Magie, Unsichtbarkeit und Rückstoß. Gut, das ist das... Das ist quasi unsere Standard-Magie hier. Äh, sieht ein bisschen aus wie Jorms Waffe. Ähm, die ist drei. Aber Schaden, 9,23. Das ist nice. Das ist nice. Ist jetzt zwar eine Stärkewaffe, aber ist trotzdem besser als Dingens. Äh, wir nehmen das mal statt dem Speer. Der Speer ist scheiße. So. Hab ich dich jetzt ausgerüstet? Ja. Ist das auch eine Feuerwaffe? Hab ich das gerade übersehen? Ne, ist eine Eiswaffe. Ach so. Das leuchtet weiß. Ich dachte gerade, das ist sehr, sehr heißes Feuer. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Sehr schön. Ja, gut. Damit kann ich leben, glaube ich. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird es hier unten jetzt dann bald richtig wild. Also richtig wild. Oh, hallo. Das lockt die Gegner. Also lock im Sinne von hält fest. Äh, kurz heilen. Jetzt stelle ich mich halt nur ultra doof an gerade. Äh. Ach so, warte mal. Oh, ich kann von hier oben Schwung holen. Ja, dann. Das macht alles einfacher. Das ist sehr nice. Das ist richtig nice. Okay. Wo geht es hier hin? Nur mal gucken. Interesse halber. Okay. Ne, das lohnt sich hier gerade nicht wirklich. Glaube ich. Oder? Ne, ich glaube, das lohnt sich hier nicht. Okay, dann nach rechts. Hier lang. Und hier müsste eigentlich rein theoretisch bald auch mal das Levelende kommen. So gesehen. So. Okay. Yep. Die Waffe ist geil. Die Waffe ist richtig geil. Die ist voll gut. Habe ich jetzt beschlossen. Ist mega. Jetzt muss ich das Ding hier kurz mal ausparken. Ähm. Weil ich das gerne hier aus dem Weg hätte. So. Ähm. Ja. Um hier hin zu kommen. Heißes Eis. Erinnert mich daran, dass ich seit Jahren keine heiße Liebe mehr gegessen habe. Klingt logisch. Aber das Eis heißt halt so. Ne, klingt unlogisch. So rum. Ist leider lecker. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Ähm. Ich weiß es auch nicht mehr. Vanilleeis mit heißen Kirschen, glaube ich, drauf. Ich glaube, es war ein Kirschen. Sehr geil. Warum müssen organische Sachen so blöd zu designend sein? Was für organische Sachen? Aua. Okay. Okay. Gut. Die Typen habe ich übersehen. Der Speer war besser. Da habe ich gekämpft wie ein Spartiat. Ja, ich muss aber zugeben, es ist ziemlich egal, welches Spiel. Speere fand ich bisher tatsächlich halt nur in 300. Cool. Alles andere ist, kann ich auch darauf verzichten. Aua. Bitte hören Sie auf, mich zu schlagen. Oh Gott. Bitte unterlassen Sie das. Ist gerade noch ein Chars und Co modellieren. Wie kommst du organische Sachen einfach nicht hin? Ah, okay. Ja, ich weiß es auch nicht. Weil es halt nicht geradlinig ist, ne? Die Natur ist halt krumm und schief. Shit, ich muss mich nochmal heilen. So ist scheiße. Okay. Wir haben auf jeden Fall alles gepullt. Was da ist. Ich bin noch unsicher, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber das mit krumm und schief ist halt wirklich tatsächlich, äh, ziemlich wild. Weil man muss sich nur mal nur Menschen anschauen oder menschliches Gesicht. Ähm. Ne, das ist ja auch schief. Quasi. Also mehr oder weniger gespiegelt, aber halt nicht so wirklich gespiegelt. Ne, den Speer will ich nicht. Ähm. Und wenn man sich dann mal ein Gesicht anschaut, wo tatsächlich einfach nur dieser hier gemacht wurde und dann quasi auf die andere Seite gespiegelt, das sieht super schräg aus. Also wenn es voll symmetrisch ist. Menschen sind halt einfach, oder Lebewesen sind halt einfach merkwürdig. Mir fällt da auch kein anderer Begriff dazu ein. Das ist halt einfach merkwürdig. So, für alle, die sich gerade wundern, warum ich nicht hier runterfahre, das hat einen Grund. Erstens, da liegt unsere alte Ausrüstung. Die brauchen wir nicht. Zweitens, schau dich dieses Riesenspinnenvieh mit diesem langen Schwert an. Das hat uns vorhin schon getötet und da hab ich nicht nochmal Bock drauf. Bei Anime sieht's gut aus. Bei Anime sieht's gut aus, weil Anime nicht menschlich ist. Ähm. Klingt jetzt wahnsinnig komisch, aber Menschen sind halt ja verdammt gut darin, Gesichter zu erkennen. Ähm. Oh, fuck. Äh. Ne, und künstliche Gesichter stören uns dann nicht unbedingt. Das ist genau die Sache mit, mit, keine Ahnung, Filmen, Spielen, was auch immer. Alles, was in diesen Hyperrealismus geht. Nehmen wir einen der letzten Star Wars Filme, der wohl Luke nochmal auftaucht. Das war, äh, ein Deepfake. Und man merkt, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Man kann's nicht benennen, aber man merkt, dass etwas nicht stimmt. Das ist dieses sogenannte Uncanny Valley. Ähm. Wenn's halt super realistisch ist. Aber irgendwas halt nicht richtig ist. Bei Anime hat man das nicht, weil... Was ist ein Anime? Das sind ein paar Striche mit ein paar Füllfarben und fertig, ne? Also, von dem her... Ja. Da. Oh, fuck. Oh, fuck. Ähm. Ja, ne? Es hat ja tatsächlich auch einen Begriff, das Ganze. Ach so. Oh, voll übersehen, dass die in der Ebene höher sind. Ja, dann. Oh, warte mal. Zauber des kritischen Parierens. Ein erfolgreicher Konterangriff nach einer Parade verursacht die nächsten fünf Sekunden lang kritischen Schaden. Ja, wir nehmen's mal mit, aber... Das kann halt nicht parieren. Japanerinnen haben keine Baseball-großen, runden Augen. Ich hab deine Welt zerstört. Gerne. Gerne. Manchmal muss man einfach wieder realistisch, ne? Realistische Erwartungen schüren. Es, äh... Tut mir leid. Und... Eol, ganz unter uns. Echte Brüste wackeln nicht wie Anime-Brüste. Das ist eine Sache, die sich... Die nennt sich Bounce-Faktor. Klingt komisch, aber ist so. Ich hab mal ein zweieinhalb Stunden Referat über Anime gehalten und dessen Geschichte und so weiter und so fort. Ich kenn mich da ein bisschen aus. War auch eine der besten Noten, die ich jemals hatte. Und wenn ich richtig informiert bin, schwärmt der Berufsschullehrer heute noch davon. Yay! Wow! Level? Level. Lalalalalala Level. Wieder. Äh... Obwohl, ja, doch, nein. Moment, warten Sie einen Moment. Moment. Obacht. Achso, ne, warte mal, da stehst du eigentlich hervorragend und ich stehe hier hervorragend. Bumm. Setz mal eine großbrustige Frau auf den Presslufthammer, auch dann wackeln sie nicht so. Oh doch. Das tut mir furchtbar leid, Eol, aber diese Illusion muss ich dir leider nehmen. Wo sind wir hier eigentlich? Oh Gott, die Stelle kommt mir bekannt vor, an der sind wir das letzte Mal schon gescheitert. Also quasi gescheitert. Die war das letzte Mal schon Mist. War die Mist? Die muss nicht Mist sein. Doch, die ist Mist. Die ist ganz großer Mist. Die ist ganz großer Scheiß, die Stelle. Wenn man den Nerdfaktor ausnutzt. Hey, wir hatten absolut freie Themenwahl bei dem Referat an der Berufsschule und dann dachte ich mir so, hey, cool. Das war damals halt auch die Zeit, wo ich noch wirklich viel Anime geschaut habe. Und ja, warum nicht? Hatte der Lehrer auch Bock drauf, weil noch nie wirklich groß mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, und dann, äh, so kam dann eins zum anderen. Quasi. War gut. Bezeichne ich selbst als mein bestes Referat. Und ich bin, was sowas angeht, sehr, sehr selbstkritisch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Der Rest jetzt noch nicht unbedingt. Jetzt haben wir halt das Problem hier. Hm, warte. Hier hin, da hin. Ich muss eigentlich hier durchkommen. Mit einem von diesen kleinen Dingern hier. Oh, warte mal. Nee, muss ich nicht. Sag mal, was hatten ich da das letzte Mal für Riesenprobleme? Das ist ja voll einfach. Warte. So. Oh, da ist eine Kiste. Die Kiste nehmen wir mit. Die Kiste nehmen wir sowas von mit. Komm her. Okay. Ring der größeren Stärke. Zwei Punkte Stärke. Hallo. Perfekt. Passt für unsere Waffe. Nice. So. Was haben wir denn jetzt hier, Hübsches? Hallo. 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 Du hattest mal ein Bild gesehen, wie eine Anime-Frau in Real aussehen würde, wie ein Alien. Ja. 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 Du musstest für englische Musik ein Referat über deine Lieblingsband halten und hast das gleiche einfach für beide Fächer abgegeben. Nur einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Hast du einmal eine Zwei bekommen. Bei derselben Lehrerin. Na ja, aber du hattest ja trotz allem die Mühe, das erstmal übersetzen zu müssen. Also, ich finde das schon gerecht. Oh, was ist das hier? Schwert der Schuld. Die... Oh. 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 Ähm. Ja, 16,72 ist jetzt aber schon auch ein bisschen hopperla. Hui. Ähm. Ja, dann verschwindet unser Feuerschwert. Ne? Mhm. Yep. Bye. Gut. Ach, nee. Auf dich habe ich ja Bock. Okay, du bist jetzt One-Shot. Ja, dann habe ich echt Bock auf dich. Okay. Jede Menge Stuff, den wir uns leisten können dann im Nachhinein. Äh, die Klinge des Reisenden ist das, was wir hier liegen gelassen haben. Okay, sollten wir jetzt drauf gehen, müssen wir unser Zeug wiederholen, weil jetzt haben wir echt guten Stuff. Jetzt haben wir gerade echt guten Stuff. Wo geht es denn hier rüber? Will ich da hoch? Ich weiß nicht, ob ich da hoch will, ne? Ja, warum nicht? Ihr solltet so erledigen sein. Das dürfte gehen. So. Da muss ich ja gar nicht mal mehr groß irgendwas machen. Die sterben halt einfach. Oh. Oh. Ähm. Oh. 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 Oh ja, doch, da ist eine Kiste. Da will ich hin. So, und du kannst halt nichts. Außer nichts. Zauber der alternativen Medizin. Was bist du? Wandelt 0,2% des Schadens in Gesundheit um. Äh. Da. Das wäre für dich. Okay. Dann tauschen wir das Konterding aus. Das nutzen wir eh nicht. Passt. Hi. Wer bist du? Mobi. Erhalte schneller Mana durch das Töten von Gegnern. Ähm. Ne, ich glaube nicht. Andererseits wäre nice, aber... Ne, ich glaube nicht. Gut, wir müssen nach oben, wie es ausschaut. Gibt nur diesen einen Weg. Am besten sterbe ich nicht so weit weg vom Startpunkt. Das ist ziemlich egal, weil die Level sind prozedural. Also egal, was wir machen. Wenn wir drauf gehen, sind wir tot. Bitte was? Ja, wow. Ähm. Das war Bennys Weisheit zum Sonntag. Äh. Der ein Donnerstag ist, aber egal. Das hier sieht ein bisschen aus wie eine... Wie ein Eingang zu einem Boss. Leute, wir haben keine Heilung mehr. Das ist nicht gut. Oh. Hi. 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 Wer bist du? Hobi. Erhalte schneller Mana durch das... Nein! Das will ich nicht. Lass mich in Ruhe mit deinem Mist. Den niemand braucht. Oh. Okay. Eventuell mag ich jetzt gerade sogar das Vorpreschen. Eigentlich bin ich kein Fan davon, wenn ich mich von der Stelle bewege, nur weil ich zuhaue. Aber das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Oh, hi. Oh, bye. Ja, gut. Dann können wir jetzt tatsächlich auch ein bisschen aggressiver vorgehen. Ups. Nur ein bisschen. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. So. Mhm. Ach so. Speer des Künstlers. Äh. Nope. Schwächer als alles andere. Brauchen wir also dementsprechend nicht. So. Ein Levelchen wäre noch ganz nett, wenn ich ehrlich bin. Äh. Wie viele Erfahrungen haben wir? 918 von 1146. Da geht noch was. Offensichtlich sind wir nicht zu einem Boss gekommen. Oh Gott. Das war so nicht geplant, Leute. Aber es hat funktioniert. Es funktioniert im... Oh, Levelende. Oh, mein Gott. Oh. Mit den Dingern kann man auch durch die Gegend fahren. Das macht voll Sinn, aber... Ist mir vorher nicht aufgefallen. Ach so, jetzt wartet mal. Ich wollte gucken. 951. Das ist tatsächlich keine Erfahrung. Dann weiß ich nicht, was wir hier einsammeln. Was dieses Glitzerzeug ist. Leute, wir haben das zweite Level geschafft. Aufsteigen auf Zuflucht. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Hobie. Hi. Hast du was Neues? Oh, oh, oh. 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 Ja, das will ich dir abkaufen. Definitiv. Mehr Leben. Hi Soap. Gib mir meine Tränke. Dankeschön. Das sind jetzt nur zwei. Das ist halt nicht so geil. Aber hey. So. Freya. Du hattest Waffen für uns, habe ich gehört. Schändliche Klinge. Klaue des Deimos. Was bist du? Ich will das Bahnoptikum. Ich will es haben. Tut mir leid. Ich will es haben. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich will es haben. Was im letzten Stream ist, ist mir aufgefallen? Was ist mir aufgefallen? Mir fallen zu viele Dinge auf, wenn der Tag lang ist. Da muss der jetzt schon spezifischer werden. Ich frage mich immer noch, was es mit diesem Ding hier in der Mitte auf sich hat. Und vor allem, da sind Hände, ne? Guck mal. Da sind Hände. Hier ist ein Schädel. Das ist Captain America. Nachdem er, weiß ich nicht, verbuddelt und vergrößert wurde. Also nochmal eine Spritze. Quasi. Achso, dass ich die Plattform mit den Treppen bewegen kann? Ja, aber ich dachte, ich habe irgendwie die am Ende extra gesehen. Keine Ahnung warum. Oh, warte mal. Was hat uns jetzt geheilt? War das die Mitte oder warst du das? Das konntest du gewesen sein, oder? Irgendwas heilt uns hier. Ja, Dr. Manhattan. Shit, ich habe mal das Manhattan Project gesehen. Also den Film, der war unglaublich schlecht. Und damals fand ich den cool. Habe. Ähm. Hm. Hm. Okay. Aus Watchmen. Ja, okay. Nee, Watchmen habe ich nie wirklich gesehen, verfolgt. Etc. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Nicht, dass ich wüsste. Ein Blitz, der in eine zufällige Richtung fliegt. Ja, das ist irgendwie nicht so geil, ne? Aber der Sprung hier könnte ganz nett sein. Wir nehmen erstmal mit, was wir mitnehmen können. Würde ich jetzt mal behaupten. Gut. Wir wurden geheilt. Wo müssen wir hin? Oh, warte mal. Reden. Danke, dass du Finn zurückgebracht hast. Er streift es öfter mal mehr. Äh. Bitte? Glaube ich. Nice. Kurz mal die Hühner streicheln. Weil wir haben jetzt sonst nichts Besseres zu tun. Äh. Wo geht es jetzt hin? Wahrscheinlich müssten wir... Ja. Kapelle der Wiedergänger ist also das nächste. Hä? Äh. Mit Hobie. Warte mal. Hast du noch was für uns? Ach, jetzt verkaufst du mir den Scheiß, den ich dir vorhin gegeben habe. Zum doppelten Preis, oder was? Wow. Wow. Einfach nur wow. Äh. Okay. Gut. Dann Level 3. Das sieht sehr ominös aus. Das hat gerade ganz, ganz starke... Ganz, ganz starke Bloodborne-Vibes. Irgendwie. Also die Gegend, wo man dann zu Mikulasch rennt. Diesmal konnte ich beinahe seine Hand abtrennen. Es sollte schnell gehen, das Ding zu erledigen. Grüße Freya von mir. Who the fuck is Freya? Und das hier wirkt tatsächlich jetzt ein bisschen nach Bossfight, wenn ich ehrlich bin. Oh. Oh. Leute, wir haben den Boss. Oh oh. Glaube ich? Ja, du... Oh mein Gott. Gwen! Das kann ich abhauen. Was tust du? Du schießt. Wahrscheinlich mit deinem Schädel. Ah. Laser. Du haust vermutlich auch zu. Ja. Du haust zu. Okay. Okay. Weg. Ich hab mich nicht mehr gesehen. So, komm her. Nein. Okay. Okay, das ist zu weit weg. Alles klar. Oh. Hand abt. Oh. Okay. Oh shit. Oh shit. Okay. Okay. Ich heil mich mal kurz. Nur der Sicherheit wegen. Komm her. Katsche Händchen her. Und. Warte mal. Du bist noch nicht tot? Warum? Jetzt. Äh. Warte. Stopp. Ich muss noch was tun. Nein, muss ich nicht. Drei. 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 Okay. Der Fight war cool. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Dankeschön fürs GG. Zauber der Heilung durch parieren. Alter. Ja. Warum liegt jetzt hier dreimal das gleiche Zeug rum? Das will ich nicht. Okay. Aber der Fight war cool. Nice. Und wir haben nur einen Trank gebraucht. Ich glaube sogar, es wäre ohne gegangen. Mit ein bisschen Glück. Sage ich jetzt mal. Nein. Stopp. 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 Erst abbiegen. Erst abbiegen. Danke euch, Leute. Dankeschön. Aufsteigen auf opulentes Heiligtum. Okay. Ach so. Das hier ist nur ein Tunnel. Ich dachte, hier geht's. Was macht denn ihr hier? Der Schädel heilt uns. Alles klar. Verstanden. Die Sache ist, wir können ihm jetzt einen Trank geben. Dann hätten wir am Ende zwei. Wenn wir aus dem nächsten Level heil rauskommen. Und das ist eher das Problem, würde ich jetzt mal behaupten. Aus dem nächsten Level herauskommen. Wir haben übrigens einen Schlüssel. Wo zum Henker haben wir einen Schlüssel her? Warum haben wir einen Schlüssel? Leute, warum haben wir einen Schlüssel? Ohne Tranken-Level? Nee, 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 nee. Er verdoppelt unsere Tränke, solange wir unterwegs sind. Das ist... Wir haben halt jetzt tatsächlich nur einen einzigen Trank. Und ich gehe mal davon aus, dass wir den im neuen Gebiet brauchen. Wenn ich ihm den jetzt gebe, hätten wir danach zwei. Und könnten so ganz langsam aufstocken. Die Sache ist, wenn wir den Trank brauchen, haben wir gar keinen mehr. Und dann müssen wir ohne zu sterben durch. Wenn ich ihm den jetzt gebe, müssen wir ohne zu sterben durch. Achso. Ja, achso. Dieses Level. Okay, ich war gerade bei Level-Level. Also auf Level-Level. Nicht Level-Level. Das ist halt jetzt genau der Deal, wo ich gerade am überlegen bin. Ich hätte bisher nicht mitbekommen, dass wir von irgendwoher überhaupt Tränke bekommen. Deswegen entweder wir geben ihm den jetzt und haben danach bestenfalls zwei. Oder wir geben ihm den später und haben dann auch bestenfalls nur zwei. Oder wir gehen mittendrin drauf. Weil wenn wir ihn verbrauchen, ist er so oder so weg. Ja, ich gebe ihm den. Ich trau mich. Nicht sicher, ob es gut ist, aber wir werden es erfahren, glaube ich. Okay. Opulentes Heiligtum. Ich bin gespannt, wie opulentes es ist. Sehr gespannt. Hallo. Ja, das sieht doch schon mal nett aus. Das ist doch eine schöne Balkonbrüstung. Äh. Muss ich nach unten? Oh. Das ist nicht nur eine Balkonbrüstung. Das ist eine Plattform. Einfach alles parieren. Psst. Parieren ist nicht. Das weißt du so gut wie ich. Aus Gründen. Oh. Was bist du denn? Warum triffst du mich und ich dich nicht? Infanterie. Oh. Warte mal. Ja, dann nehmen wir den Scharenschnitt da raus. Ähm. Ja. Axt. Ich mag Äxte. So. Den Äxte hauen zu. Und machen guten, guten, guten Damage. Und was war denn das gerade? Was war denn das gerade für ein schräger Effekt? Irgendwas ist auf uns. Wir glitzern. Warum glitzern wir? Ich will nicht zu einem Twilight Vampir werden. Ich will nicht glitzern. Was ist denn das? Ähm. Shit, was wollte ich denn gerade? Leveln. Leute. Leveln. So. Das mit dem Einfrieren war vielleicht besser. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil wir aktuell schon super stark sind. Ähm. Also die Waffe hier macht tatsächlich Damage. Jetzt guck mal. 21,06. Wenn ich das jetzt hier nochmal rausnehme. Das müsst ihr eigentlich direkt hochrechnen. 18,54. Das sollte für alles reichen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß Dings brauchen. Wenn ich ehrlich bin. Ähm. Das Einfrieren war praktisch. Aber der Damage, den wir haben, reicht vollkommen aus, gerade. Oh. Was ist das hier? Nichts. Cool. Ähm. Was ist hier? Oh. Hi. Hallo. 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 Ja. Guck dir das mal an. One Shot. War eine aufgeladene Attacke, gebe ich zu. Aber trotzdem. One Shot. Komm her. So. Dann kommst du nicht hier, dann komme ich halt. Was ist denn das? Oh. Hi. Ich weiß, was du bist. Warte. Jetzt tot. Würde ich mal sagen. Ah, okay. Ich kann einfach drum rumlaufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hatte schon Befürchtungen. Äh. Warte mal. Wo geht's hier nach oben? Ah, was. Okay. Das war einfach ein Blutgerinnsel, das uns gerade angegriffen hat. Leute, warum greifen uns Blutgerinnsel an? Andererseits, ich sollte solche Dinge nicht fragen. Ich hab Bloodborne gespielt. Da gab's ganz andere Sachen, die ihn angegriffen haben. Oh mein Gott, du bist so ein Unsichtbarer. Weil die böse sind. Ja, das hab ich gemerkt. Das ist richtig. Nee. Das, äh. Nee. Warte mal, das ist die, die wir vorhin los... Das ist die, die wir vorhin losgeworden sind, oder? Glaube ich. Nee, ist es nicht. Dann interessant ist die auch vorher. Oh mein Gott. Hallo. Hallo, Jungs. Bitte einer nach dem anderen. Zu viel Cholesterin. Oh. Lalalala. Warte. Einmal Spezialbehandlung, bitte. Dankeschön. Okay, so funktioniert es nicht. Hierher. Die haben Schilde. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Die haut es aber auch ganz schön weg. Das ist jetzt nicht so wirklich effektiv, glaube ich. Okay. Jop. Okay. Besser. so den lassen wir jetzt erst mal da stehen die ich losgeworden bin hat der schaden er stimmt die 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 feuerwaffe hatten wir vorher schon weg gelaufen da war was ok gut neues level was hatten wir 21 6 der mensch reicht halt eigentlich nur mal gucken das wäre schon ja schon was haben wir irgendwas ganz doof gefragt haben wir irgendwas das uns mehr aushalten mehr aushalten lässt dann gehe ich auf wieder dann verlängern wir unseren balken noch mal ein stück gucken einfach mal wo es das hinführt ich muss hier durchkommen ohne zu sterben leute das sieht eigentlich gerade weiß ich nicht sieht das gut aus wo müssen wir hin wir bewegen uns hier gerade in so einem tunnel nach oben und ich weiß nicht ob das gut ist ist die schlechte aus es sieht irgendwie optional aus bin selber noch nicht so 100 prozent sicher das ist zu 100 prozent den ganz fügt zwei punkte geschick hinzu ist eigentlich nice eigentlich ganz cool aber jeder fünf erfolgreiche kombo treffer ist ein kritischer treffer das nutzen wir halt eigentlich auch nicht aber wir gehen halt gerade auf stärke und nicht auf geschick ne lassen wir mal liegen so das lassen wir buffer skaliert auch mit geschick ja aber nicht so stark bei weitem nicht so stark das macht den unterschied ach so warte mal wenn wir beides wir können ja mal wechseln wie viel der mensch macht sie jetzt 24 06 ja okay stimmt ja beides ja gut daran habe ich nicht gedacht aber ja 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 so noch mehr wums noch mehr wums so eol kriegt auf jeden fall den sternchen ins fleißheft weil da hätte ich jetzt nicht dran gedacht das war jetzt nicht gut das war gar nicht gut ich bin mir nicht mehr sicher ob das hier so falsch aussieht guck mal an was da ist da kommt ein ganzes gebiet ja stopp oh der lebt noch jetzt nicht mehr okay das ist praktisch wenn die da auch kaputt gehen habe ich da gar nichts dagegen weil wir können hier außen rum laufen also so mehr oder weniger und wenn wir das hier runter parken können wir sogar außen rum fahren können wir nicht hä hä wie soll es hier weitergehen auch wahrscheinlich indem wir hier dieses einser ding befreien auch verstehe warte mal kommen wir da doch da kommen wir rüber Ist ein bisschen tricky Kommen wir Doch, kommen wir rüber So, siehste Ach, das wäre so auch schon gegangen Ähm, ja, warte Aua Ich hatte den Stick minimal in der falschen Richtung Minimal Ja Gut, schön Ja, okay, cool Also nochmal alles von vorn Scheiße Das war jetzt nicht mein Ziel Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu Und wir hatten so guten Stuff dabei So, gucken wir mal Haben wir hier irgendwas Neues, Hübsches Nein Nein Nein, wir haben keine neuen Modifikatoren Die hübsch sind Äh, jetzt nochmal kurz gucken Wir haben, genau, wir haben zufällige Zauber bekommen Wir haben, äh Gar nicht mal so viel Stuff Wir haben tatsächlich gar nicht mal so viel Stuff Okay Gut Schön Ja Das war jetzt nicht so schlau Weißt du was Vier Ich geb dir alle Alles Nichts Oder nichts Oh shit Ich geh mal schnell Ich habe nichts Zumional Das war jetzt ... Das war jetzt Ich glaube für die ich will tatsächlich versuchen jetzt hier in zwei minuten durchzukommen deswegen beeile ich mich hier gerade so sehr eine minute zwölf eine minute zwölf leute wartet es geht einfach an dem ich mich einfach ausgelände hat auch zwei achievements gegeben und mein controller ist gestorben ich weiß nicht was das ist irgendwo ist ein wackelkontakt in dem kabel glaube ich jetzt muss ich ihn einstecken genau jetzt so jetzt jeder wieder okay das ist die dass das war die belohnung wirklich das war die belohnung das bisschen magie gedöns ja okay cool aber guck mal wir haben acht tränke acht das heißt wir können jetzt noch mal vier investieren wir können einfach noch mal vier investieren uns hier kurz heilen und dann noch mal auf weg machen und das ist großartig wir sollten das immer so tun was ich glaube tatsächlich wir spielen das spiel auch genau so wie es gespielt werden will oder wie es gespielt werden soll am anfang oder gerade am anfang hohes risiko high risk high reward große belohnung quasi und danach kann man ja ein bisschen vorsichtiger werden ein bisschen dann habe ich ja bald was hast du das gerade wirklich so geschrieben mit den eckigen klammern und ach so ja ach okay du hast dich verschrieben alles klar ich war gerade verwirrt was da los ist ich dachte gerade ohne scheiß irgendwas ist kaputt so in in richtung im ort oder im ort paschen keine ahnung aber dann habe ich bald hoffe ich mal genug tränke um sie nicht mehr in einer hand abzählen zu können oh nein er ist mitgekommen so gut so eine infanterie axt die instant mehr damage macht nicht viel aber mehr so das haben wir jetzt mal ein bisschen erfahrungspunkte ja geil aber der typ da oben nervt mich lassen sie das geh mal kacken und entspann dich so okay okay nicht durch wände so also du kannst mir nichts gerade dann hier einmal rum das muss ich kurz heilen bleibt mir gar nichts anderes übrig ich dachte du siehst mich vielleicht nicht habe ich falsch gedacht so und äh sehr schön okay sehr gut damit ihr hier runter dahin da hoch hier rüber moment ich mag meinen ansatz und den machen wir hier auch gleich nochmal da war irgendwas im weg au sag mal das ist ein bisschen fies ne ich kann die ecken nutzen um so ein bisschen durch die gegend weiß ich nicht ob das tatsächlich ein glitch ist aber halt so ein bisschen durch die gegend zu glitchen und die können die nutzen um mir weh zu tun ja stufe zwei und ich habe mich geheil dich idiot ich habe die falsche taste gedrückt äh mehr stärke weil bestenfalls holen wir uns später unseren scheiß wieder das wäre natürlich ganz großartig wenn wir den wiederfinden würden ähm dann gucken wir mal gut für 100 kann ich leider nicht einkaufen hier oben ist wieder der der opfer altar oder kelles kelles kelli kalum okay handeln klauen wir bitte kein leben intelligenz gar kein problem gar kein problem wir sind jetzt schon dumm wir bleiben dumm ich habe gerade eben auf stärke gelevelt ne das hat sich nicht mal gelohnt das hat sich nicht mal gelohnt na gut die da kann man raushauen aber es hat sich halt echt nicht gelohnt schade naja gut aber die war vielleicht schneller ne mhm steht nirgendwo wie schnell die sind glaube ich aber die ist auf jeden Fall schneller ja die ist viel schneller glücksspiel lohnt nicht deswegen wurde mir auch intelligenz genommen das ist schon sehr bezeichnend alles ich glaube das letzte mal war es auch schon eine intelligenz die uns gestohlen wurde oder was heißt gestohlen so was haben wir denn hier zauber des manas oh ja das rüsten wir mal aus okay so au hör halt einfach auf mich zu hauen wenn ich hier irgendwo festhänge was ist denn das was ist denn das für ein benehm aua aua ich will mich nicht heilen wo müssen wir hin wie weit sind wir wir müssen nach rechts oh Gott oh Gott wir nehmen mal das rechts unten ich hoffe da ist weniger los einer ist ja auch noch einer bitte was okay so und du kannst halt nichts außer diese Barriere am Leben erhalten gut danke für nichts da komme ich ja nicht mehr hoch was oh nein wir müssen nein wir müssen nee wir müssen was wir müssen nichts alles in Ordnung wir schieben das hier hin dann schieben wir dich hier hin wir fahren dich da hin dann können wir nämlich dich hier hin schieben dich können wir da runter schieben dann kommen wir nämlich erst mal hier hin wir kommen da nicht durch nicht mit diesem hochkant ding das wäre knappig ohne heilen jetzt ja ich guck mal ich versuche mich gerade hier so durchzurätseln ich bin noch nicht sicher ob das funktioniert wenn ich ehrlich bin nee wir brauchen nämlich äh um hier durchzukommen brauchen wir ein Hochkantteil warte mal warte mal stopp 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 nee nee passt schon passt schon ähm das einzige Hochkantteil das wir haben ist allerdings das hier und damit komme ich nicht hier unten in diese Lücke haben wir vielleicht doch noch was anderes nee okay okay vorsichtig okay schnell und effizient was ist das hier Zauber des Schmerzes jedes Mal wenn du einen Gegner triffst und dein Leben über 1 ist erleidest du auch eine geringe Menge Schaden aber jeder Angriff hat eine geringe Chance dich vollständig zu heilen also ähm prinzipiell ist das cool andererseits auch ziemlich mäh 0,01 ist auch eine geringe Chance naja also cool ist es aber wenn ich das ausrüste habe ich halt ein Problem möglicherweise also wir haben jetzt gerade noch 12 Leben komplette Heilung ist an sich schon ziemlich sexy aber das hier ist 100% optional das Gebiet scheiße wir hätten weiter nach unten müssen und zwar vorhin schon gut schön das war jetzt nicht ganz das was ich hier erhofft hatte ähm aber so ist es wir müssen hier weiter nach unten hier lang oh hi oh hi ja ich lass das mal ist zwar verlockend aber der Ring ist halt auch ein bisschen ne high risk high reward okay aber ah nicht jetzt nicht hier das war zu langsam das war einfach nur zu langsam Leute scheiße ja gut ähm das hat ja hervorragend funktioniert ähm schade die dann machen wir aber nochmal alles alles so oh die Plattform ist interessant gut gut dann kriegen wir halt auch unsere alte Ausrüstung nicht mehr ne das ist halt immer das Ding das ist halt tatsächlich eine sehr sehr coole Sache ne ich hatte ja schon mal gesagt oh Panoptikum äh ja bitte ähm das Spiel hatte so ein bisschen einen durchwachsenen Start äh von den Ratings her auf Steam und die Entwickler hängen sich da auch tatsächlich gerade ganz gut rein um das zu beheben und das ist zum Beispiel auch so eine Sache die halt später jetzt dann mit dazu kam dass man sein Zeug hier wieder finden kann was ich aber eine super Ergänzung finde stirbt mal kurz danke äh weiter nach rechts 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 so okay wenn man halbwegs weiß wie die Level aufgebaut sind klappt das 1,27 nice dafür haben wir jetzt wieder ja ich will nicht sagen einen Haufen Tränke aber ein paar so erst mal das Zeug einsammeln dann gibst du mir das und dir geben wir jetzt nur 2 so weil selbst wenn wir dir jetzt ne wenn ich dir wieder 4 gebe dann ist zwar der Reward danach größer aber die Chance dass wir drauf gehen ist auch größer und ich würde sagen aus 2 4 machen ist eigentlich ganz toll so für dich wäre es nichts bei jedem Tod nochmal komplett neu ja das ist halt Rogue ähm ne das ist halt Teil dieses Genres ähm und von denen aus äh nochmal los muss also Flame in the Flood war sowas falls du dich daran erinnerst obwohl weiß ich gar nicht ob du da da warst wenn ich ehrlich bin ähm aber das war ja auch äh ein Rogue ähm oder in dem Genre anzusiedeln aber halt nicht so so wahnsinnig insane weil Checkpoints und so weiter und so fort ähm und alles schön oh nein du bist mit mit hier drauf ok was ist das hier bringt der Intelligenz ich nehme ihn mal mit aber er bringt nichts das hier ist aber tatsächlich ich bin noch nicht 100% sicher ich würde es immer noch als Roguelike bezeichnen auch wenn wir einen gewissen Fortschritt sage ich mal speichern äh oder mitnehmen können also gerade so Fähigkeiten oder sonst was aber wir können das zum Beispiel nicht mal am Anfang gezielt aussuchen was wir nehmen wollen so für euch habe ich jetzt tatsächlich keine Lust ähm aber ich mag es tatsächlich also ich dachte auch immer äh Roguelike Roguelite was auch immer wäre nicht unbedingt so mein Genre aber es macht schon auch Spaß weil man halt auch einfach eine Verbesserung merkt ähm an dem wie man es spielt man merkt halt durchaus dass man ein bisschen besser wird in dem Ganzen so und das ist glaube ich das was den Reiz ausmacht oh shit okay warte mal hier ist viel Platz das heißt wir haben den Händler äh nein definitiv nein äh ist doch wieder unsere jep nein Kalom hat dir all deine Tränke genommen ja das ist ja wunderbar danke Kalom für weiß ich nicht okay die Waffe ist nice gebe ich zu Kalom du bist ein Sack was bist du überhaupt du komisches leuchten des Gedings naja wenn wir durchkommen haben wir nochmal vier das äh ist eine Sache die möglicherweise uns den Arsch retten wird oh nein jetzt bereue ich nicht mehr Tränke investiert zu haben ja ich bereue so einiges ich bereue gerade so einiges okay also nach oben und äh Tränke investieren alle und dann würde ich sagen mache ich ein kurzes Päuschen genau ich mache kurzes Päuschen ähm verdreht ihr euch kurz die Beine schnappt frische Luft bringt den Hund vor die Tür lüftet die Katze wie auch immer ähm geht auf Klo und wir sehen uns gleich und dann versuchen wir hier nochmal weiter zu kommen wir waren in Level weiß ich nicht vier glaube ich ich bin nicht sicher ähm naja bis gleich ne so erst ausblenden dann Pause schalten so bis gleich das nd b über bis gleich Vielen Dank. 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 Dark Souls 2 kennt. Würde mich jetzt zumindest nicht wundern. Und Dankeschön. So. So. Okay, wir müssen eigentlich hier rechts abbiegen. Äh, nein, müssen wir nicht. Okay, das, ja, okay, ich war jetzt ein bisschen arg greedy. Ich hab versucht, vielleicht überleben wir, ich hab versucht, vielleicht überleben wir es, nein, tun wir nicht. Ähm, shit. 100% mein Fehler. Erstverfahren und dann auch noch, äh, Kacke gemacht. Ähm. Gut. Gut. Dann flup, 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 flup. Dann machen wir das halt einfach gleich noch mal. So. Und. 41 Sekunden. Okay. Das war nice. 41 Sekunden. Das ist in Ordnung. So. Wunderbar. Dann gib mal Tränke her. Und wir geben dir wieder 2. Weil offensichtlich kann ich dir nicht mehr geben. Weil sonst gehe ich drauf. Und wir handeln diesmal nicht mit Callum. Ich muss dem Drang widerstehen mit Callum zu handeln. Oder was heißt handeln. Das ist eigentlich. Naja. Das ist quasi Alchemie. So. Hoppala. Entschuldigung. Ja. Gut. Gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. So. Alles klar. Mir fällt gerade auf, ich habe noch nie die Texte gelesen, die da stehen. Ich mag das nicht, dass ich durchdäsche. Das ist nicht mein favorisierter Kampfstil, sage ich jetzt mal. Oh shit. Okay. Jetzt habe ich mich so über den 1er gefreut und dann passt er da nicht mal durch. Ach so. Und. Stinkende Lumpen. Ermöglichen einen Doppelsprint. Und dieses traurige und von Pest und Tod verseuchte Gewand wurde vor dir von einer Unzahl hoffnungsloser Seelen getragen. Leider bietet es keinen Schutz vor physischem Schaden, aber es strahlt eine seltsame, tröstliche Vertrautheit aus, die den Geist beruhigt. Mhm. Was haben wir hier, Hübsches? Äh. Leichte Schadensverringerung. Ne, Schadensverringerung ist besser als alles andere. Oh Gott. Was ist das hier? Ring der Vitalität. Nice. Her damit. Kargen sieht besser aus. Ja, das ist noch dazu, ja. Also von dem ganz abgesehen, ja. Das ist ja fies hier. Warte mal. Wir haben doch... Okay. Jetzt mal... Okay. Oh Gott. Ja, dann piksen wir jetzt erst mal wieder, ne? Oh Gott. Oh. Oh. Und drehen. Und tun. Und keine Ahnung was. Hey, Karas. Hallöchen. Hi, hi. Wie geht's? Wie steht's? Ja. Bald Wochenende, ne? Das Beste an der Woche kommt, quasi. Oh. Du bewachst eine Truhe. Die hätte ich ganz gern. Wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir müssen da links rum und dann noch... Du hast morgen noch eine Vorlesung. Naja, ich muss... Ich muss morgen auch ganz normal arbeiten. In Bremen war ja heute auch kein Feiertag. Wie zum Beispiel in Bayern. Ach so. Da jetzt aufladen war dämlich, weil das bringt mir nix. So. Okay. Jetzt können wir hier runter düsen. Ah. Pieks. Zauber der Blitzbeschw... Jeder vierte erfolgreiche Kombotreffer erzeugt ein... Uh. Okay. Das... 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 Klingt hübsch. Glaube ich. Denk ich. Du kannst ewig heute bleiben. Dann hast du ja auch ewig Urlaub. Du meinst, weil der Donnerstag nie vorbeigeht. Ja, wenn es mal so funktionieren würde, ne? Das wäre schon schön. Ähm. Ich mag übrigens die Musik in dem Spiel sehr. Ich weiß, ich labere die ganze Zeit drüber, aber ich mag sie sehr. Von dem, was ich mal höre, so ab und zu mal. Oh Gott. So. Ähm. Du hattest feierter Tag. Ja, siehste. Siehste. Hast dieses Jahr noch zwei reguläre Vorlesungen? Plus zwei oder drei Präsentationen. Präsentationen, die du selber halten musst oder Präsentationen, die du präsentiert bekommst? Das ist ja schon ein gewisser Unterschied. Au. Please no. Ey, ich muss hier halt echt aufpassen, was ich tue. Das ist halt scheiße. Ich will nicht aufpassen. Der erste Angriff einer Kombo teleportiert dich hinter den... Was ist das für geiler Stuff, den wir hier finden? Oh, warte mal. Ist dieses Glitzern hier quasi das, dass wir ein Level-Up haben? Ist es das? Äh. Wir haben jetzt gerade Dingens, ne? Ne, das hier ist eine Stärkewaffe. Das hier ist eine Dingswaffe. Ähm. Wir gehen mal auf Stärke, weil da kriegen wir jetzt auf die Schnelle mehr Damage raus. Ja, guck mal. Von 5,0 auf 6,05. Das ist nice. Dann gehen wir aufs Schwert. Ich bin zwar kein Fan vom Schwert, aber dann gehen wir aufs Schwert. So. Bye. Oh. Bye. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Normalerweise ist es hier oben irgendwo Callum und nicht Kampfarena, sondern dergleichen. Ähm. Oh. Dich kann ich mitnehmen. Du kommst unten rein. Gruppenpräsentation, wo du dabei sein musst. Ah. Ja gut, ne? Gruppenpräsentation und eine Gruppe wäre halt sonst auch ein bisschen doof. Ich hoffe, dass eure Gruppe wenigstens als Gruppe agiert. Und nicht, wie man es sonst so oft hört, sobald Gruppenarbeit, äh, im Raum steht, wo es dann nur noch heißt, so toll ein anderer macht's. Ne? Das, das klassische Team, so wie man es kennt. Manche ja, manche nein. Ach, toll. Das ist doch scheiße, so was. Warum macht man das? Warum ist man so ein Arsch? So. Will ich nicht mehr zu Callum? Ne, jetzt nicht mehr, nein. Ich hatte genug Callum für einen Tag. Zauber des kritischen Gifts. Was bist du für? Ursache kritischen Schaden, während du vergiftet bist. Die einzigen, die hier Gift machen, haben wir quasi deaktiviert. Könnte man so sagen. Oh, hi. Komm mal her. Shit, falschen Stick gedreht. Du stellst dir vor, du musstest in der Gruppe mit deinen Klonen arbeiten, Battle Royale, wer dagegen Kindergeburt sagt. Ja, übrigens, was ist eigentlich mit EOL 83 und 85? Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Gibt es die noch? Was ist denn das hier? Das sieht so ominös aus. So gefärbt. Ja. Ich will nicht an dem Vieh vorbei. Ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich biege mal ab. Oh, wow. Cool. Guck mal, wir sind ganz alleine und du kannst nur eine Barriere machen. Und quietschen. Cool. Oh, nein. Oh, wow. Okay, ich bin im richtigen Moment ausgewichen. Und irgendwie bin ich gerade aus der Barriere raus. Ich glaube, so sollten die Barrieren nicht funktionieren. Eigentlich dürfte ich nicht hier unten sein. Au. Ja, ups. Sage ich da mal nur. Du hast keinen TÜV gekriegt. Ach so, die haben keinen TÜV gekriegt und liegen unter der Erde. Oh. 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 Okay. Eol ist rabiat. Verstanden. Merken. Niemals Eol erzürnen. Denn das könnte schlecht für jemanden ausgehen. Sagst du ja Rabenfutter. Ja, jetzt habe ich auch verstanden, worauf sich das bezog. Ich muss mich nochmal heilen. Da passen wir nicht durch. Wir sind zu fett für hier. Toll. Jetzt passen wir durch. Oh, nein. Okay. Alles gut. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle, Leute. Es wirkt nicht so, aber ich habe alles unter Kontrolle. Okay, das mit hinter den Gegner teleportieren ist geil. Das ist richtig gut. Das war der Blitz. Offensichtlich ist der auch richtig geil. So, wie viel haben wir denn noch für ein Level? Nicht mehr so wahnsinnig viel. Nur noch drei kleine Balken. Wir fahren mal nach oben. Ich glaube, wir müssen ganz allgemein nach oben. Oh, nein. Okay. Kommen Sie mal hierher. Ich mag das durchdäschchen immer noch nicht sonderlich. Und, 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 und. Bist. Oh. Oh. Level 3. Leute, in was sollen wir investieren? Ich bin ja prinzipiell für Damage. Ne? Weil Damage, Damage. Ähm. Andererseits. Und was, Damage, Damage? Stärke oder Geschick? Wenn ich jetzt hier hochgehe, 6,05. 7,10. Das ist schon ganz nice. Wenn ich auf Geschick gehe, sind es 6,55. Und hier 3,53. Oh, ich bin so unentschlossen. Das wäre halt ein Quality-Bild. Wir wissen aber halt auch nicht, was wir für Waffen bekommen, ne? Andererseits, sobald ich eine stärkere Waffe finde, nehme ich die halt. Wir gehen auf. Wir gehen auf. Vitalität. Nicht Stärke. Mehr Leben. So. Und ihr kennt mich. Ich gehe sonst nie auf Leben. Also, in anderen Spielen. Aber hier ist Leben ganz gut. Klingt komisch, aber ist tatsächlich so. Autsch. Sag ich doch. Leben ist gut. So. Weißt du, wie teuer Bambus ist? Da ist eine EOL-Diät günstiger. Bambus ist nicht teuer. Das ist die Sache. Aber Bambus ist ein geiles Material. Zauber des kritischen Treffers. Nee, ich glaube, der Rest, den wir haben, ist geiler. Gibt plus fünf Bierbauch. Okay. Ich habe neulich Bier getrunken. Wir waren ja... Dings, wir haben uns... Wann war das? Dienstag. Genau, Dienstag war das. Eine Kollegin hat so ein bisschen ihren Abschied hier gefeiert. Und wir waren Tapas essen. Und da habe ich Bier getrunken. Und holy shit. Gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts gegessen an dem Tag. Und dann habe ich mir einen Alster bestellt. Also einen Radler. Für die, die nicht wissen, was ein Alster ist. Quasi Limo und Bier. Und holy shit, das hat so reingehauen. Hahaha. Ich trinke ja sonst quasi nie was. So. Tapas? Tapas. T-A-P-A-S. Spanisch. Sehr geil. Das sind halt so Kleinigkeiten. Kannst du dir eigentlich so ein bisschen... So ein ganz kleines bisschen wie Sushi vorstellen. Nur, dass du halt nicht ein so ein Reisding hast. Sondern so eine kleine Auswahl an Zeug. Ähm. Aua. Shit. Ich will mich nicht heilen. Aber ich glaube, wir müssen. Ne, wir müssen nicht. Wir müssen. Fuck. Fuck my life. Sieht aus wie ein Brotteller. Ne, gar nicht mal unbedingt. Das sind halt alles so Mini-Gerichte quasi. Muss nicht nur Brot sein. Also gibt's auch. Aber... Ne, das ist keine Ahnung. Können... Äh... Was kann denn das alles sein? Alles... Eigentlich alles mögliche aus der spanischen Küche. Das können Datteln mit Speckmantel sein. Wo ich jetzt persönlich nicht der Fan bin. Ähm... Das können aber auch, äh... Frittierte Kartoffeln mehr oder weniger sein. Mit Aioli und, ähm... Oder irgendwas mit Oliven oder keine Ahnung. Das sind halt alles so Mini-Dinge. Ist auf jeden Fall sehr geil. Ist tatsächlich sehr, sehr geil. Essig sehr, sehr gerne. Ich muss dich aus dem Weg fahren. Sonst kommen wir da nicht rüber. Hallo, Fledermäuse. Hallo, hallo. Welcome, welcome. Hast du ein Bild von Käsen Nackes mit Chili-Tip gesehen? Ja. Hängt halt auch immer so, so ein bisschen dann vom Restaurant ab, was die natürlich anbieten. Aber, ne, Tapas kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Lohnt sich aber halt meistens, äh... Erst so richtig, wenn man mit mehreren Leuten dort ist. Weil die meisten Tapas-Restoraus, die ich jetzt kenn, bieten dann halt was an. So von wegen, äh... Einmal alles. Oh. Drei- oder viermal quasi für die Gruppe. Und danach bestellt man halt nach, was einem selbst gefallen hat. So in der Richtung. Da kann man von denen auch noch naschen. Ja, das ist ja dann das Ziel. Eol. Das ist ja dann das Ziel. Das nennt man dann Teilen. Ich weiß, das ist komisch. Das finde ich auch ganz merkwürdig. Aber, dass sowas... So ein Konzept gibt's. Toll. Ich dachte hier oben wär irgendwas cooles, aber nee, da ist einfach... Nichts. Das ist Blödsinn. Hohohohoho. Okay. Das war cool. Einfach mal durchgeschreddert. Hahaha. Ja, das war tatsächlich nice. da weißt du was so weißt du was tot so wahnsinnig viele erfahrungspunkte haben wir jetzt hier nicht mehr bekommen ich hatte gehofft dass wir hier vom level ende noch ein level up haben aber leider nein teilen wie in wer mein essen anfangs kriegt seine hand in der mitte geteilt nein das ist ja wenn du so eine große tapas platte bestellst für mehrere leute dann ist die für mehrere leute und nicht nur für einen selbst man kann die natürlich auch für sich alleine aber das ist dann schon auch sportlich die zu essen sage ich jetzt mal so wir nehmen jetzt mal drei weil das nächste ist der boss und der sollte eigentlich auch so ganz gut gehen abgesehen davon dass der boss für uns jetzt gerade leider nicht so wirklich viel zeug hat also wir können halt nichts einsammeln wir können keine kohlenwaffen sammeln das ist eigentlich mein problem gerade wir könnten mal gucken was haben wir denn hier alles hübsches das ist halt alles noch gesperrt gesperrt ist nicht so geil hallöchen hallöchen essen teilen wie bitte bei tapas ja ich weiß das ist ganz ganz komisches konzept und ich kann mich damit auch nicht anfreunden aber das gibt es man kann essen teilen ich finde das auch merkwürdig glaubt mir aber das ist ja das ist eine sache die existiert leute was macht denn eigentlich war immer ich gebe jetzt mal kurz unserem baden hier tatsächlich ein bisschen was acht so acht münzen ich hatte eine gegenleistung erwartet du arschloch auch wenn da spenden steht so gibst du uns unser zeug wieder nein das wäre ein bisschen nach früh wenn der essen für mehrere leute bestellt dann ist es trotzdem deins du hast keine freunde für die du mitbestellst ja aber gegebenenfalls falls du mal freunde hast für mit denen du essen gehen würdest und so nein wir haben uns nicht geheilt gott ich bin so doof naja dann müssen wir das jetzt einfach durchtänken passt schon du dachtest das messer wäre zu abwehr nie das essen ist dazu da dass das das messer ist dazu da essen zu klar klar die arena sah das ist vorhin essen zu zerkleinern komm hat schädchen her Ein paar Ähnchen. musste deine hand nicht schon abgefallen sein lassen sie das jetzt okay Ah, diese Typen da oben mit ihren Dreckskugeln Die nerven halt extrem Wo hau ich denn hin? Ich treffe den Gegner nicht mehr! Nee, die Dings macht mich besser! Die Lanze! Oh komm, wir gehen jetzt hier drauf, oder? Das kann doch jetzt nicht sein! Wegen diesen Dreckskugeln von diesen Viechern hier! Nicht mal wegen dem Boss! Komm schon, Patsche Händchen her! Ich habe mich unsichtbar gemacht! Warte mal! Mit der Imbra-Axt ging es besser? Ja! Deutlich besser! Oh Scheiße! Oh Mann! Das war jetzt nicht so prickelnd! Wir hätten vielleicht doch zu Kalum gehen sollen! Oder Kalim? Kein Dings da! Okay! Gut! Gut! Ja Scheiße! Da kommen wir nicht durch! Oh! So! Hier lang, da lang! Darüber! Und er wird auch schon! Und jetzt war das Geräusch! Das war vertrend! Ich war sauber ein Vorstelliger! Oh Gott! Oh! so ende erreicht läuft kalum ja okay ich merke mir einfach keine namen es ist es ist schlimm aber wir haben unseren bonus kassiert wir haben unsere tränke jetzt geben wir hier zwei ab wir gehen uns kurz heilen leuchte augen bitteschön dankeschön und weiter weiter wie geht sie eigentlich ich habe noch gar nicht gefragt so auf in die stadt ich glaube es war eine stadt es müsste eine stadt sein das spiel hat eine story die steht da unten loading screens ich habe nicht das gefühl dass wir jemals das ende davon erfahren werden aus gründen story überbewertet würde ich jetzt nicht sagen das ist ja jetzt mehr das ist ja alles mehr jetzt nicht mehr mehr wo geht sie wieder runter ach so okay nee nicht so ganz wie ich dachte okay jetzt geht's weiter gerade frustriert dass dein teenie nicht ein künstlerisches talent bekommen hat ich sage es mal so ich kenne das von einigen künstlern mit talent hat das nur bedingt was zu tun großteils ist übung also skill den man aktiv trainiert man kann durchaus ein händchen für was haben das das will ich gar nicht mal oh das ist nice das will ich gar nicht mal abschlagen aber der großteil ist halt übung es soll für morgen still leben wollen hat schon gefüllt zehn versuche gemalt und noch nichts annähernd sinnvolles produziert war das nicht das mit der obstschale eher alles was sich quasi nicht bewegt alles immaterielle kann man als still leben bezeichnen oder auch in der kunst darstellen ein bisschen was ist noch vom kunstunterricht hängen geblieben nicht viel aber ein bisschen so komm wir machen plattentausch nice bringt mir nix das ist nicht die platte die ich will toll das ist jetzt gar nicht mehr so gut alles was was nicht lebt also ein riesenroboter oder ein haus ist auch ein still leben so gesehen ja komm wirklich so ein haus nicht das ist eine landschaft ich würde ein haus jetzt nicht unbedingt als landschaft bezeichnen aber ich weiß was du meinst bin ich mir aber tatsächlich gar nicht sicher kommst du mal hierher kommst du mal hierher nice so ne so eigentlich will ich nicht eigentlich will ich hier zu niemanden ne es gehört auch übung zu das auge für details das auge für details auch da würde ich sagen kann man sich antrainieren aber ich war ich glaube ich weiß dass du mal ich weiß was du meinst ja ich weiß was du meinst ah wir brauchen noch zwei hits für die fiecher oh gott stimmt wir können ja noch gar nix wir können ja tatsächlich noch gar nix wir können uns auch nichts kaufen logischerweise so kalum war irgendwo immer hier drüben komm schon müssen wir es doch so machen oh shit oh shit ich heil mich jetzt doch mal wie wär's mit einer japanischen melone die quadratischen ne minecraft kürbis kunst war nie dein fall oh ich war früher so gut in kunst aber ich habe auch als kind viel gezeichnet viel gemalt inzwischen ne inzwischen kann ich nichts mehr von dem was ich früher konnte weil ich mich halt dann auch nie darum gekümmert habe das irgendwie weiter zu machen oh shit oh shit nein geh weg oh nein oh na oh god okay komm hier sensing kunst was du konntest außer das lernen der ganzen Typen war Frakturschrift mit Feder und Tinte das hat Spaß gemacht ich habe dazu tatsächlich damals quasi für alles ein Händchen gehabt was so im kunstunterricht dran kam aber das gute war wir hatten auch einen Lehrer der uns machen hat lassen der hat uns tatsächlich halt auch einfach dann mal ja sag schon ne der hat uns nur ein Thema vorgegeben und gesagt äh oh god macht wie ihr es für richtig haltet so in der Richtung und das ist super wertvoll wie ich finde so wir oh god kalum nein nein nicht die Tränke alles außer den Tränken und dennoch für für den Blödsinn hier wirklich ach du dummes Drecksding toll und ich habe nur zwei Tränke abgegeben das wird ja richtig gut scheiße man oh warte mal aber das Ding macht Giftschaden das ist wiederum ein bisschen nice du bist gut im Portrait Malerei wenn du übst ja aber das ist genauso mit ne ich war ja oder ich habe ja mal mit Fotografieren angefangen und ne die Theorie und alles ist wichtig das ist auch eine Sache Gott wir sind jetzt erst Level 2 what the fuck ähm wir sind tatsächlich erst jetzt Level 2 das hier haben wir durch ein Ding oh wow okay ja gut dann äh was ist denn das Stärke Dings schenkt sich nichts dann gehen wir diesmal auf Geschick so okay äh ne was wollte ich jetzt gar nicht sagen habe ich wieder vergessen cool ähm ja genau genau äh mit Fotografieren das ist ja auch wahnsinnig viel Theorie und die ist auch wichtig ne das will ich jetzt gar nicht gar nicht irgendwie Dingsen aber so das das Auge für Details oder so das muss man sich dann auch alles irgendwie antrainieren und vor allem das wäre genau so ne wenn man den Stil und so weiter und so fort gibt äh vorgibt bin ich überhaupt kein Fan davon weil gerade bei bei so kreativen Sachen jeder der sich dann irgendwie damit beschäftigt hat irgendwann auch einfach so sein seinen eigenen Stil ne ich behaupte jetzt einfach mal wenn du ein von mir entwickeltes Foto siehst dann wirst du erkennen dass das von mir ist weil ich halt da so in gewisser Art und Weise meinen eigenen Stil habe und warum finden wir jetzt eine Waffe die so viel stärker ist mäh toll jetzt hat sich das gar nicht mehr gelohnt mit Dingens hallo liebe Waffe die ist ja mal richtig geil holla holla uh okay oh warte mal das heißt ich kann jetzt von hier aus Leute wir haben eine Fährenwaffe oh mein Gott ich muss nur noch grob richtig zielen das grob richtig zielen scheitert daran dass das magie kostet scheiße was stand da bei der Waffe dabei äh schwere Angriffe schießen eine Klinge vorwärts die auf ihrem Weg Schaden anrichtet verbraucht Mana scheiße ähm cool ja das äh hab ich jetzt übersehen hm blöd die macht aber auch so ganz gut Damage ähm bei Fotografie kommt auch nochmal extra die Bildbearbeitung die den Stil nochmal ja genau genau richtig richtig ich frage es einfach mal ganz doof was ist es denn für ein Stillleben das dort gemalt werden will oder gezeichnet oder was auch immer ah das ist ein Schatten der mich gehauen hat au und er ist mitgekommen ich hab ein neues Haustier cool es wird ein Hund noch nicht reichen wo müssen wir überhaupt hin wo ist meine Map ich glaub wir sind hier gar nicht mal so richtig scheiße ich glaub wir müssen hier auch hier nach oben doch eher hier lang die Waffe ist halt auch nice nee wir müssen nicht nach da oben weil da geht's gar nicht irgendwo lang hö also da geht's schon lang ich hoffe dass da ein Secret ist aber warum haben die alle schon Gegner äh Gegner verloren genau Leben verloren die Gegner was ist denn da los ja da geht's nicht hin gut hat sich voll gelohnt vielleicht waren wir doch da unten richtig könnte sogar sein äh dann doch wieder nach unten äh vor wir die vor wir die vor wir die vor wir da vor wir da äh nope 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 so tschüss bye Jungs bye bye tschau bleib du mal da rüben ich mach's wieder knapp ja ich mach's hallo oh natürlich mach ich's knapp oh shit oh alles andere wäre ja langweilig ne wenn ich's nicht knapp machen würde äh geschick und auch geschick also bleiben wir mal bei bleiben wir mal bei wieder äh warte mal warte stopp du hast doch was fallen lassen mein kleiner ähm Mia ja 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 definitiv ja hallo oh da geht's nicht lang ähm ähm drei Gefäße zwei andere Gegenstände alles selbst gewählt drei Gefäße ich würde eine Vase nehmen weil die im Normalfall nicht schwer ist oder drei verschiedene Vasen und in zwei davon Blümchen reinstecken weil das meistens auch nicht so schwer ist quasi das das klassischste aller still leben die man zeichnen kann abgesehen von Äpfeln oh nein oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh ho ho okay das 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 war mir ein bisschen zu ah nein nein fuck ach Gott nein oh hatten eh keine Chance weil keine Tränke äh hat's eine Trinkflasche eine Tasse äh eine Plastischschüssel einen Löffel und ein Plüschtier ja okay das geht auch alles noch relativ noch relativ einfach das sind schön geometrische Formen mit denen lässt sich ganz allgemein leichter arbeiten so oh Gott was ist denn hier los Party oder was ich bin hier auch schon wieder komplett falsch ja Leute wir müssen hier nach unten wir müssen nach rechts das ist unser Ziel da müssen wir lang jetzt wird es ein bisschen knappig mit Dingens mit den zwei Minuten nicht gegen die Wand laufen kann ich jetzt gerade gar nicht brauchen da lang da lang da lang da lang okay krieg mal hin läuft ich dachte schon wir haben es verkackt weil wir uns einmal verlaufen haben so gib mal her tränke investieren zwei Stück heilen lassen warte mal haben wir doch irgendwas bei irgendeinem Händler das wir uns gerade kaufen können 25 braucht das dann kaufen wir uns mal das hier Kartoffelsack des Glücks erhöht die Chance dass Gegner Beute fallen lassen ein Sack mit unförmigen Augenlöchern riecht sehr gut aus irgendeinem Grund willst du ihn gerne aufsetzen riecht halt nach Pommes wahrscheinlich deswegen auch Glück ne Sack des Glücks erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit das ist eigentlich ganz hübsch oh ja in den hier will ich investieren der bringt uns nämlich ein bisschen Schutz schlussendlich irgendwann mal äh ups jetzt weiß ich was das für eine Zahl über dem Timer ist also hier das ist wahrscheinlich der Seed für äh für die Welt das wird zumindest Sinn ergeben guck mal an hast du ihn jetzt sogar verdonnert seine Gegenstände zu messen damit es ordentlich passt ja ja aber das also ich will dir da jetzt nicht reinreden bräuchts aber nicht mal bräuchts aber wahrscheinlich nicht mal es ist Kunst ne die muss nicht exakt sein das ist nicht Mathematik ich wechsle die ganze Zeit die Waffe weil ich die falsche Taste drücke ich Idiot okay so hä haben wir es wieder Einsteigerrüstung achso ja klar wir sind ja irgendwann mal gestorben ja natürlich haben wir wieder Einsteigerzeug oh nein 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 oh der was der sieht das ist doch sicher schon mal minecraft gespielt oder oder gesehen oder dings auch da die welt ist ja komplett nicht zufällig sondern prozedural generiert und anhand vom sieht kann man quasi sehen oder daraus leitet sich quasi alles andere ab und die welt hier ist ja auch prozedural generiert wie die level aufgebaut sind und ja genau quasi ein basis wert so könnte man es glaube ich bezeichnen eine art wert um die landschaft zu generieren ja genau das ist einfach irgendeine zahl aus der alt aus der sich alles andere ergibt oder muss nicht mal eine zahl sein kann auch ein beliebiger hash sein hier ist halt der zahl weil die gegenstände proportional nicht passen ist das für ein stillleben halt auch nicht richtig weiß ich nicht es ist kunst es gibt auch abstrakte kunst leute verstehen da ab und zu den sinn drin ich nicht also ist alles die frage was quasi gefragt ist ich gehe mal wieder auf stärke glaube ich so stärke bringt uns mehr ich habe das böse wort benutzt moderne kunst glaub mir ich verstehe die nicht es gibt ja den schönen spruch mit ist das kunst oder kann das weg und ja abstrakte kunst naja aber kunst ist immer abstrakt oh shit also bist ein arschloch also bist ein arschloch komm her so okay nie oh hi Oh, warte. Was ist denn das? Zaubertes. Verwurzelte Gegner erleiden doppelten Schaden. Verwur... Was? Ich nehm's mal mit, weil... Schadet bestimmt nicht, aber... Was zum Henker sind verwurzelte Gegner? Das, wenn die komischen Typen da quasi in der Gegend rumeiern und das Dings da machen. Gab's doch mal den Typen, der eine unbemalte Leinwand für ein paar tausend Euro als Kunst verkauft hat. Also... Wenn wir uns in der modernen, beziehungsweise abstrakten Kunst bewegen... Dann sind da schon wilde Sachen. Ne, hier in Bremen gibt's jedes Jahr einmal Tag der offenen Museen. Ähm, oder bin nicht sicher, ob der wirklich so heißt. Aber auf jeden Fall... So ein quasi... Autsch. So eine Art Tag der offenen Tür, ne? Ein Ticket, du kommst überall in jedes Museum rein. Und wir haben uns das mal angetan... Und sind dann in die Weserburg. Das ist ein Museum für moderne Kunst. Und... Mein Highlight... Aus diesem Museum... Waren zwei Nägel in einer Wand... Mit einem roten Faden dazwischen. Das war das Kunstwerk. Ja, nun. Okay. Weiß ich nicht. Verstehe ich halt auch einfach nicht. Ne? Oder... Auch schön... Wir sind hier alle alt genug. Wir kennen doch Videokassetten. Und wie die Bänder davon aussehen. Einfach so ein großer Haufen auf dem Boden. Also quasi tatsächlicher Müll. Als Kunst. Ich verstehe es einfach nicht. Ne? Keine Ahnung. Bin ich zu doof für? Ist nicht meine Welt. Nicht mein Metier. Ähm... Aber gut. Andere haben da ihren Spaß dran. Also ich hatte auch meinen Spaß. Aber... Anders als der Künstler das vielleicht will. So. Wir gehen wieder zur Kalle um. Es reicht. Shit. Glücksspiel. Leute. Glücksspiel macht süchtig. Wendet euch in die BZ... Äh... BZ... Schon wieder alle Tränke? Was stimmt mit dir nicht? Was ist dein Problem? Dafür haben wir jetzt... Ne große Waffe. Nicht OP, aber groß. Der Künstler macht sein Geld damit. Ja. Das meiste einfach nur Leute verarsche. Ne, das glaube ich nicht mal. Ne, das glaube ich überhaupt nicht. Da ist schon irgendeine Intention dahinter. Aber ich verstehe sie halt einfach nicht. Das ist es. Oh. Oh. Okay. Das ist nice. Ähm. Achso. Okay. Der Damage ist nice. Mit der können wir was anfangen. Mit der Waffe. Ähm. Warst du auch schon in so einer Ausstellung? Eine Tasse mit Untertasse mit Kunst-Leopels überzogen. Ja, aber das erkenne ich noch als Kunst. Ne? Das... Da erkenne ich... Also ich verstehe es nicht, aber... Da sehe ich noch Kunst dahinter. Da hat sich jemand Gedanken irgendwo rüber gemacht. Zwei Nägel in der Wand und ein Faden dazwischen. Das mache ich, wenn ich den genauen Mittelpunkt messen will. Zwischen dem anderen, falls ich einen dritten Nagel brauche. Das machen Handwerker. Also inzwischen auch nicht mehr, weil dafür gibt es Laser, aber... Hä? Ne? Achso. Ich muss erst ausparken. So. Oh. Ähm. Ja, toll. Hier komme ich die... Ja, super. Das ist wieder eine Sackgasse. Warum verlaufe ich mich hier immer in die Sackgasse? Immer. Hier runter will ich. Egal ob ich... Die bewachen was, ne? Hm. Ich habe gerade aber auch keine Plattform, die da hinpasst. Die könnte ich aber besorgen. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Okay. Oh. Nice. Äh. Wieder. Keine Frage. Okay. Okay. So. Sackgasse. Natürlich. Wo geht's denn hier lang? Wo ist denn hier der Ausgang? Verdammt. Wo ist mein Ausgang? Ach komm. So. Okay. Das hier unten sieht so aus, als würde es hier langsamer Richtung Ausgang gehen. Was verkaufst du? Ring des... Japp. Den will ich. Den will ich tatsächlich. Das war eine Geschickwaffe, oder? Ja. Gut. Aber Kunst ist halt auch so eine hervorragende Sache, über die man stundenlang streiten kann, ohne zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Weil einfach jeder alles anders... Äh. Jeder alles anders... Oh Gott. Jeder alles anders interpretiert und sieht. Kunst hat für jeden eine andere Bedeutung. Ach so. Ne, da komm ich nicht ran, oder? Warte mal. Oh. Gott, dich habe ich ja voll übersehen. Au. Please know. Ich habe schon wieder keine Heilung, weil Callum uns mal wieder... Hm. Okay. Da ist mein Stuff. Die Klinge des Reisenden ist nicht so stark wie das, was wir jetzt haben. Aber ich nehme sie mal hier hin. Ähm. Ja, okay. Cool. Wir haben uns dann stuff wieder. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt mal hier vorsichtig durchnavigieren. Fuck! Die Rede war von vorsichtig. Oh Gott, unser Ziel ist hier hinten, ne? Nein! Oh mein Gott. 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 Einer B habe ich noch? Oh mein Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Porträt von Rembrandt oder zusammengeschweißtem Schrott. Naja. Zusammengeschweißter Schrott kann schon ziemlich, ziemlich cool sein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah 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 ah. ein panoptikum wieder einmal hatten wir schon war nett ist aber nicht das was ich gerade will ich war jetzt vorsichtig um ecken wo ist unser ziel wo ist hier normalerweise der ausgang das gibt's doch nicht da waren ja auch welche die habe ich vergessen ich glaube ich will erst nach unten gucken stirbt bitte am gift nein weniger hp ich habe desto besser kämpfe ich nur vorsichtiger nicht besser ok es geht hier gar nicht nach unten oder auch es geht nach unten nur anders als ich gerade dachte da geht es nicht weiter cool also müssen wir nach oben was waren das das war das panoptikum ja genau okay langsam langsam vorsichtig wir haben übrigens noch drei happy es sind noch minimal mehr als einer nicht viel aber mehr ok leute nee nichts was wir gerade brauchen können theoretisch wäre das hier ganz cool aber also die kiste aber auch nur wenn wir da hinkommen ok wir kommen an die kiste dringendes größeren oh ja oh ja oh ja oh ja definitiv aber bedenkt bitte geschick meint hier nur den wert das heißt nicht dass ich dadurch geschickter werde gerade auch gesehen dass er angreifen wollte ausgang 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 immer noch nicht alter was ist denn hier los ja sag mal level 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 ja bringt uns jetzt gerade in diesem moment nichts aber ja definitiv wieder oh hallo das gefällt mir nicht wenn ich ehrlich bin weil wir jetzt beide so so unglaublich nah an in der tag range stehen ja okay von hier drüben ist besser komm her oh nein oh nein oh nein nicht 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 so ein scheiß spucker nein oh oh Leute wir sind ein medizinisches wunder wir sind ein medizinisches wunder wir haben eine flatline und wir laufen noch moment warum wie ja es war so klar es war so klar scheiße shit warum muss uns kalum auch immer die tränke klauen immer und wo waren wir überhaupt das am besten beim nächsten mal kalum mehr tränke investieren ja das würde fast bedeuten dass ich quasi ohne tränke ähm durch müsste und das geht halt auch nicht gut ich konnte vier investieren aber das wird schon knapp das wird schon knapp so ein try machen wir noch äh wir müssen nach rechts ja eigentlich dieses rechts hier stirb ich habe es nicht genau durchgelesen weil ich nicht weiß ob währenddessen die zeit weiterläuft aber es klang net und mit net meine ich ausgesp... äh diesmal ausgewiesen nicht scheiße so das war halt jetzt gerade auch erst level 2 wieder ne das war halt die stadt und wir sind da gerade nicht mehr rausgekommen wenn er mir eh wieder alle wegnimmt habe ich so mehr davon wenn ich es schaffe ja das ist richtig das ist das stimmt leider ist das eine Logik die ich äh nicht nicht mal ansatzweise ablehnen kann dann versuche ich es mal mit 4 dann hätten wir rein theoretisch danach 12 ich könnte ihm sogar noch einen geben oder 2 aber wenn ich da mit 2 Tränken reinlaufe glaube ich kommen wir halt gar nicht weit weil wir müssen definitiv ein paar Gegner hauen ähm damit wir danach halt ein 2 Level machen rein über Ausrüstung können wir es leider nicht ähm leider nicht ganz kompensieren hm blöd 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 okay erste Stadt hello again oh ja das fängt ja schon mal wieder super an echt jetzt so was war das eigentlich was wir da aufgesammelt hatten ähm Zauber des schmerzhaften Rückstoßes. Ein Rückstoß verursacht Schaden in Höhe seiner Distanz. Aha. Okay. Ach so. Ja, ich stehe hier zwei Stufen unten drunter. Ja, das macht einen Unterschied. Er trifft mich aber genauso wenig. Gut, der jetzt schon. Ne, ne, wir müssen hier hin. Wir müssen hier rüber. Was ist das? Klinge des Reisenden. Ja, ist jetzt... Ja, die nehmen wir. Weil die hat Stärke Skalierung. Äh, Geschick Skalierung. Dann gehen wir jetzt wieder auf Geschick. Dann haben wir jetzt nämlich zwei Geschick Waffen ausgerüstet. So, dann nehme ich jetzt erstmal wieder meinen Speer hier. Lock dich mal an. Und bäms dich hier mal weg. So. Ah! Bäms. Fast den Finisher Bäms vergessen. Oder übersehen, besser gesagt. Was heißt vergessen? Daran gedacht habe ich. Äh, wie sollen wir denn das hier ausparken? Meine Freunde. Wie soll denn das gehen? Oh. Oh. Ja. Ganz toll. Oh, ich weiß wie. Ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Das macht sogar Sinn, das so zu machen. So. Gott, wie lange das dauert, wenn man halt nur diese Standard-Scheiß-Waffen hat. Ich will doch nur OP werden. Ich will doch nur OP werden. Musst ja nicht sterben. Eol. Schlussendlich ist der Tod für uns alle leider unausweichlich. Das gilt virtuell. Wie real. So. Ach so. Ach so, ja. So hätte ich es auch machen können von Anfang an, ne? Äh. Dann kann ich dich jetzt hier nach oben fahren. Dann kann ich dich hier wegfahren. Dann kann ich dich hier... Ah. Ach so, ne. Der fährt dann doch nicht. Okay. Äh. Warte mal. Ich brauche hier doch einen anderen, hm? Ich will die Kiste haben. Du liebst ewig. Der im Himmel will ich nicht und der Typ unter uns hat Angst um seinen Job. Hm. Verstehe. 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 Na, ob das mal so funktioniert, ne? Ich bin da zwiegespalten. Wie habe ich denn jetzt die Scheiße hier weggebracht? Ah. Okay. Nicht unbedingt die feine Englische, aber es hat funktioniert. Da oben komme ich gar nicht durch, ne? Das ist tatsächlich... Ja. Hä? Idee? Na, ich muss einen von denen hier rauskriegen. Problem ist nur, ich kriege den hier nicht weg. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte, 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 warte. So. Hehehe. Und wie ich den hier wegbekomme? Zack. Ah, nein. Ich hätte ihn ein zweiter links parken müssen. Gut, das können wir noch schnell ändern. So. Jetzt hier hin, da hin, da. Jetzt bin ich halt eingeparkt. Irgendwie... Will das hier nicht ganz so, wie ich das gerne hätte. Jetzt wird's halt spannend. Weil jetzt hab ich hier die Lücke drin. Richtige Lösung und verbaut richtige Lösung? Nein! Eben nicht. Wie hätte ich's denn machen sollen? Oh. Oh. Ah, 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 ah. Okay. Ha, 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 ha. So. geht doch ich weiß nicht was ihr habt zauber der combo wurzel und schändliche klinge und zwar bei der combo wurzel nehmen wir mal mit weil schade nicht so das hätte ich länger vorher so haben können oder noch einfacher hätte ich das das halte ich für ein gerücht ihr lügt doch so nie und nimmer hätte ich das so haben können sonst hätte ich es ja gehabt ganz klarer fall von dann wäre es ja so gekommen okay die macht ein bisschen mehr woms das nice ich hätte den treppenteil nicht mal nach hinten schieben brauchen neuer modifikator da haben wir schon länger keinen mehr gehabt das ganz cool glaube ich das gerade weniger cool bonk 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 warte mal wir holen uns jetzt die erfahrungspunkte die wir brauchen das sind nicht viele aber die holen wir uns jetzt sag ich doch au 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 lass das okay ich gehe ja schon wie du willst shit haben wir text oder haben wir stärke wir haben text 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 so holen wir haben zu zu die aus der leise was er keine arbeit hat macht sich welche das ist so das ist ein wichtiges mittel gegen langeweile ihr müsst leiden gibt's doch zu ihr würdet sonst nicht zuschauen außerdem habt ihr als zuschauer einen ganz ganz großen vorteil ihr habt es nicht vor euch direkt ihr müsst nicht an leistungsdruck leiden so oh ein händler hi toby ich kann mir eh nicht leisten was du hast also von dem her tschüss toto toto warte du hast da hinten den kollegen versteckt kalum wir müssen reden kalum hat uns nichts genommen nichts und das hier ist nur minimal schlechter macht aber gift ja wir nehmen das mit kalum das war gar nicht so übel das war nice das war nice und eine gerechte entschädigung für die viermal vorher oder dreimal oder egal alles größer eins ist scheiße warum nicht gegen den speer weil ich nicht nie zwei gleiche waffen haben will quasi ich will nicht was habe ich ich habe keine ahnung was ich alle getan habe aber ich hab's getan eigentlich bin ich nur gedacht oder wollte das schon ich hab ja was wollte ich sagen habe ich vergessen genau ich weiß nicht warum aber ich will nie zwei gleiche zwei gleichartige waffen haben weil möglicherweise brauche ich dann doch mal eine mit ein bisschen mehr range ich hab das viel nicht gesehen dass die barriere aufbaut und die dinger zusammenhält keine twin blades es gibt keine twin blades ja gut das war jetzt doof das war jetzt nicht so cool das spiel ist tatsächlich nicht so ohne ne es ist halt wirklich erbarmungslos ich find's gut deswegen es macht spaß aber holy shit hey das ist auch echt ein bisschen fies so ich starte mit zufälligen waffen aus meiner waffenauswahl so dass das könnte schon mal interessanter machen weil wir dadurch nämlich verschiedene andere waffen dazu gekommen ja weil wir haben ja hier so die eine oder andere glaube ich tatsächlich schon wenn ich sie wieder finde das war der typ hier drüben ja hier war das feier war das das macht schon mal besser und warte mal wir haben hier noch glaube ich ein helmchen in das ich schon mal rein investiert habe genau ist fast unser helmchen fast fast kann man hat mein skill genommen absolut absolut ich will gerade einfach nur wissen was passiert wenn ich jetzt drauf die direkt ich lasse mich jetzt kurz mal killen weil ich wissen will wie es ist also ob sich jetzt tatsächlich die waffen ändern wir haben jetzt dieses komische schwert und diesen starb und den haben wir eigentlich immer so oder hatten wir bisher immer und jetzt würde ich mal gucken ob sich das tatsächlich ändert hau halt nicht ab wenn ich schon nichts mach alter schwede das hat gedauert da stellst du dich vor einen gegner und dann will er dich nicht hauen okay wir haben was anderes in der hand nö wir haben immer noch die gleiche scheiße wir haben diesmal nur umgedreht wow das mag jetzt zufall sein aber wir haben gerade tatsächlich die beiden die gleichen waffen wie sonst bekommen nur andersrum das ist doch jetzt nicht wahr das ist doch jetzt nicht wahr oder ich will das okay wir machen das spiel noch mal seht ihr der ist ein bisschen ne ein bisschen also auch nicht unbedingt aber ein bisschen wenn er mich nicht gerade wieder vergisst hau doch mir sofort eine rein das müsste noch ein treffer sein oder so jetzt jetzt bin ich gespannt jetzt bin ich gespannt wir haben zweimal jetzt die gleiche waffe mit unterschiedlicher magie drauf ja bitte aber kann ich jetzt nicht mehr mit dir sprechen talk to me hallo okay ich glaube jetzt habe ich das spiel kaputt gemacht es lässt mich mit niemandem mehr sprechen die haben uns nicht mehr lieb die mögen uns nicht mehr so oft gestorben die wollen nichts ja die haben keinen vertrauen mehr in mich die sind jetzt zu frei nach dem Motto ja soll halt da draußen verrecken ist doch uns egal ähm okay aber hauptsache noch ausrufezeichen überm kopf ach scheiße ach man was ein rotz das ist ja wohl jetzt auch der beschissenste start ever ne zwei speere echt jetzt äh ne ich will entschuldigung ich bin ich bin da jetzt hartnäckig was das angeht ich will es jetzt wissen ich will es jetzt wissen ob da auch was gutes bei rumkommen kann und vor allem ob wir irgendwelche waffen außer diesem schwert und diesem speer bekommen irgendwas anderes irgendwas hübsches finde einen kampfstil der zu dir passt ja würde ich ja gern oh ja oh ja jetzt haben wir zwei schwerter hm mhm okay wir haben zwei schwerter gut oh 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 nicht mal er spricht noch mit uns und er ist echt wichtig für uns shit das ist jetzt nicht gut ähm ja Leute aber scheiße nee dann 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 lassen wir das glaube ich shit dann machen wir jetzt ungeplant etwas früher Schluss so äh Moment wartet Musiker Musiker da machen wir jetzt einfach geplant ein bisschen äh ungeplant Blödsinn freudscher versprecher äh ja okay cool also ich mag das Spiel es macht Spaß aber ich bin einfach nicht gut darin ähm dann ne ich bin zu zu greedy und äh ja wir machen ungeplanten Blödsinn ja das das sowieso das ist ja quasi immer ne das äh das muss ja okay gut Leute ich suche euch jetzt nochmal jemanden raus ach so warte mal so ähm das für euch ne und dann suche ich euch jetzt tatsächlich noch jemanden raus der die das streamt und dann schauen wir mal dann schauen wir mal ich glaube ich schicke euch zu Tobi oder ja doch der spielt Hollow Knight der spielt tatsächlich Hollow Knight mit Randomizer im Koop okay habe ich selber noch so noch nicht gesehen das ist irgendwie cool so ne genau dann schicke ich euch da hin Leute denkt dran nächster Stream am Samstag um 20 Uhr äh weil morgen bin ich nicht da offensichtlich äh morgen habe ich was vor und Samstag erst um 20 Uhr weil das Lieferfenster für die Waschmaschine von 7 bis 19 Uhr ist und dann gucken wir mal oh nein da kommt gerade noch ein Raid rein hallo 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 ähm ich bin gerade dabei Schluss zu machen hi hallo oh mein Gott aber dankeschön dankeschön ähm du tauchst es leider gerade da drüben nicht auf warte mal ich kann mal gucken kann ich da jetzt oh ja guck mal wenn ich da nochmal drauf drücke dann erscheinst du da wenigstens noch wusstest du nicht ja ist tatsächlich etwas äh etwas etwas früher als äh als gedacht aber hi auf jeden Fall für alle äh an alle die die gerade hier rüber kommen ne sorry dass es jetzt dass ihr mich jetzt quasi zum Ende erwischt ähm ich bin Benni ähm wir spielen hier Indie Games hauptsächlich eigentlich nur was heißt eigentlich nur Indie Games ähm und wir quatschen relativ viel und äh der nächste Stream ist am Samstag aber was habt ihr gemacht ne ein bisschen quatschen können wir ja noch ne ein bisschen das das kriegt man schon hin was habt ihr gemacht so kriegst du nochmal ein Shoutout so Starship Troopers Terran Command das sagt mir irgendwas hab ich aber nie gespielt nicht dass ich wüsste aber ich hoffe ihr hattet ganz viel Spaß dabei ähm das hoffe ich auf jeden Fall oh shit es tut mir jetzt echt ein bisschen leid ne es tut mir jetzt voll leid äh es ist dieses äh Taktik Strategie nicht sicher tatsächlich nicht sicher klingt ein bisschen so also rein vom vom Titel her klingt es tatsächlich nach nach Taktik und Strategie und sowas in der Richtung ähm aber es sagt mir nur vom Namen her was und Hallöchen Emir hi Hallöchen Hallöchen so ich hoffe ihr hattet Spaß ne klingt jetzt doof klingt jetzt komisch aber ja jetzt weiß ich nicht was ich reden soll ne das ist jetzt ganz furchtbar könntest du Starship Troopers wieder reinziehen äh ich muss tatsächlich gerade mal ganz kurz googeln war das das was ich glaube dass es ist oder verwechsel ich das gerade ähm ich glaube nicht dass ich das verwechsel ich glaube nicht dass ich das verwechsel ähm ne shit doch ich glaube ich hab's verwechselt ging um Käfer ging um Käfer ah das ja okay ja jetzt ja ich hatte es gerade tatsächlich verwechselt ähm ich hatte das mit wie hieß denn der Film mit durchkämmt die Wüste das war nicht Starship Troopers ähm ne aber stimmt Starship Troopers hab ich mal irgendwann gesehen ist ewig her und Emia dankeschön fürs Follow dankeschön ähm das ist ewig her dass ich den gesehen hab ich weiß aber echt nicht wann aber warte mal wenn ich das gerade richtig gesehen habe das Terran Command ist neu ne das scheint ein neues Spiel zu sein zumindest hab ich hier gerade einen Test davon gesehen der vor vier Stunden offensichtlich rauskam spaceballs spaceballs genau das war das mit durchkämmt die Wüste richtig Star Wars Episode 8 hab ich immer noch nicht gesehen glaube ich ne ne hab ich noch nicht gesehen ich bin immer noch mittendrin in den Star Wars Filmen ich äh fülle diese Bildungslücke sehr sehr langsam ähm ja man dein Name ist Valdi du bist ein Möter halb Mensch halb Köter ja das kenn ich das kenn ich Möter kannte ich auch lange bevor ich den Film kannte tatsächlich ähm aber ja Terran Command ist tatsächlich ein äh ein RTS ein Realtime Strategy Interessant mit Käfern und Basenbau wären das nicht riesige Käfer ich weiß nicht worauf ich hinaus wollte hätte ich jetzt fast gesagt sieht es ein bisschen aus wie Command & Conquer aber nein Command & Conquer sah definitiv anders aus definitiv sieht aber an sich ganz ganz cool aus sieht wild aus sieht sehr wild aus ach so äh vielleicht zeige ich euch was ich sehe dann gehen wir mal ganz kurz hier in die Intermission rein ähm ja das das sieht schon ein bisschen weil es gerade da ist gucken wir uns mal ganz kurz hier den Epic Store an da sind schon ein paar Käfer unterwegs das sieht halt nicht so aus als hätte diese Armee hier oder das 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 die paar Typen da eine große Chance gut da steht noch ein Mech finde ich irgendwie nice ja cool schon hübsch so dann schicke ich euch jetzt aber glaube ich mal weiter ähm genau ne wie gesagt nächster Stream Samstag 20 Uhr äh nicht morgen 18 Uhr ähm ausgründen und dann hoffe ich dass meine Waschmaschine geliefert wurde und weiß ich nicht was noch dass ich pünktlich bin dass ich nicht irgendwie einschlafe oder sonst was ihr kennt mich ne es ist äh nee sollte nicht passieren ich habe einen Wecker gestellt was kleiner Funfact der Typ am Ende von Spaceballs dem äh dem Distanzen der Alien aus dem Bauch geschlüpft ist ist der gleiche Schauspieler dem es auch in Alien 1 passiert ist das habe ich schon mal gehört ja das habe ich tatsächlich schon mal gehört ja irgendwie cool ähm irgendwie tatsächlich äh cool dass er die Hommage an das Ganze auch nochmal spielt ne finde ich finde ich großartig so ne ähm genau aber dann schicke ich euch jetzt tatsächlich weiter rüber zu Tobi der spielt Hollow Knight im Randomizer im Koop und das sieht tatsächlich ein bisschen wild aus ne das sieht tatsächlich ein bisschen wild aus ja und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend ne wir sehen uns Samstag ähm hab ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und kommt gut durch den Rest der Woche ne lasst euch nicht ärgern schmelzt mir nicht weil es ja warm werden soll und äh ja das war's das war ein langes Ende bye bye ne ciao ciao bis zum nächsten Mal Vielen Dank. Vielen Dank.